So, moin moin und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur FTT-Show, dem einzig waren Gaming-Podcast-Format in Westeuropa, hier in Deutschland, der kein Gaming mehr hat, aktuell. Nein, also das Gaming-Podcast ist ja, wenn man noch nebenbei noch ein bisschen spielen kann und deswegen bin ich ja auch nebenbei nicht in einem Spiel drin. Genau und damit hat er sich schon wieder angekündigt, denn mir wieder digital zu meiner linken, rechten, was auch immer zugeschaltet. Der kleinen, brunstige und mit der Finger zeigende Rufus. Hallo, du Flachbörner. Just the claw him. Und der wieder wild gestikulierende für alle blinden Menschen dauernd draußen, oben wieder in einer der beiden Ecken, mir zugeschaltet, der gute Emmon. Ja, ich bin wieder da. Emmon! Ja, Gute da da! Unbezahleter Urlaub von uns. Ja, Rufus, du hast auch nicht in Gehältern bezahlt, sondern in Behältern, das hatten wir schon mal. Ja, gut! Wenn die Behälter wenigstens voller Geld sind, sind mir irgendwie egal. Oder bunter Wattebäulchen, das hatten wir auch schon mal. Ja. Jeden ersten Monat. Ich kann nicht wenigstens verkaufen. Du freust dich doch immer wie so ein Schneekönig. Jeden ersten Monat, du willst schon, dass das jeder Monat dann ist. Ja, jeder ersten Monat bekommst du deinen Behälter voll mit Wattebäulchen. Das ist zwar so ein Kleiner von dieser Eimer, aber das reicht ja für dich. Ja, ich kann das verkaufen und dann habe ich Geld. Ja. Irgendjemand braucht immer irgendwas, also. Ach gut, apropos brauchen. Wir brauchten natürlich unseren Immun zurück. Ja, ich bin wieder da. Hallo, Leute. Aber der Flui war ja auch da. Ja, der Flui hat leider nicht das Niveau erfüllt. Und weil wir entsprechend heute wunderschöne Themen haben, würde ich sagen, dass ich den immer mal seine Bühne, damit er mit dem Thema anfängt, wo er uns letzte Woche gesagt hat, was wir uns bitte holen sollen. Achso. Ja, ich bin ja jemand, der immer gerne so der Alteingesessene weiß es natürlich. Der Feiertag des Tages ist ja immer sehr wichtig. Ähm, und ich weiß ja nicht, ob ihr es feiert, also Feiertage des Tages vom Immun615. Ich hoffe, ich hoffe, dass ihr das alle tut. Ähm, der Lord hat das ja letzte Woche sehr gut gemacht. Ähm, mit der Handtasche und alles drum und dran. Also ganz ehrlich, ich hätte so viel zeigen können. Ich habe ja, ne, ich habe ja zwar keine, aber meine Frau hat ja welche. Ähm, auch schon schagisch, dass ihr die nicht gezeigt habt, ne, also. Ich habe keine Handtaschen. Ja, aber Marie hat doch eine. Ja, das ist Rufus immer noch, ähm, tragisch. Ich werde keine Gegenstände klauen, die mir nicht gehören. Das ist nett. Das ist nett. Naja. Ähm, heute Feiertag des Tages. Wir haben tatsächlich, wir zelebrieren auch heute einen Feiertag des Tages. Ich habe das schon vorbereitet. Heute ist, äh, Tag der Pasta, meine lieben Freunde. Ähm, tatsächlich, äh, ich habe mir da aber Nudeln gemacht, weil ich bin eher Team Nudeln. Ich auch. Ich bin eher Team Nudeln. Nein. Nein. Eigentlich ist heute Team, äh, heute ist eigentlich Team Pasta dran. Aber ein Pasta ist doch auch nur eine Nudelsorte mit Soße oder so. Also in dem Fall, Rahmen Nudeln sind auch auf irgendeine Art eine Pasta. In dem Sinne. Heißt also in dem Sinne, heute, äh, für die Leute, die bei Spotify dabei sind, wir essen heute Nudeln. Äh, während des Streams. Oder besser gesagt, während des Podcasts. Aber anscheinend Rufus Maximus nicht. Abgegessen schon. Na, guckst du auch mal in die WhatsApp-Gruppe? Ja, aber weißt du, wir sind extra heute früh angefangen. Weil wir gedacht haben, so von wegen, okay, wir kommen euch entgegen. Ja, damit du das auch machen kannst. Und dann machst du es nicht mal. Ja. Rufus Maximale Enttäuschung. Ja. Das ist das einzige Maximus, was du hier hast. Ja, weil, normalerweise, normalerweise ist das immer so, dass er am Anfang des Streams immer hier mit irgendwas steht und dann futtert und mampft und wie auch immer. Und diesmal dachten wir uns, Mensch, da könnten wir nochmal entgegenkommen. Ja, und heute ist halt hier so, ja, so ungehalten, dass er hier rumessen ist. Hey, es ist unglaublich. Schlimm, schlimm, schlimm. Ups, das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir mal ganz klar über deine Behälter reden. Ja. Die du pro Monat bekommst. Den Sparen wird wahrscheinlich die nächsten sechs Monate erstmal ein. Dann bekommst du keine Behälter mehr. Nein. Definitiv nicht. Also ich bin, wie gesagt, maßlos enttäuscht. Also, Team Nudel, Team Pasta, haben wir ja eben erzählt. Immer mal die Frage, was ist denn du gerade so schönes an Nudeln? Also für diejenigen, die das interessieren sollte, das ist hier so eine Art Nudelauflauf. Nicht zu sehr kippen? Nicht das so... Nein, das kippen, ganz ehrlich, das kennst du doch. Hier, ich könnte theoretisch bis fast zum Ende kippen. Jetzt plopp. Ja, plopp. Ah, shit. Also das ist eher so, ja, so ein Nudelauflauf. Also Käseschinken. Also... Das ist der Kopp. Ja, mit Hörnchen-Nudeln-Senters, wenn die Leute dich interessieren sollte. Schmeckt's denn? Ja, mir schon. Das freut mich sehr, dass es euch schmeckt. Ja. Dann... Darf ich dann gleich mal eine Nudelspezifische Frage stellen? Na, hau raus. Wenn wir schon Nudeln essen. Was ist denn eure Lieblings-Nudel-Art? Hm. Tatsächlich, bei mir ist es eher die, ähm, äh, Spirelli-Nudeln. Die, die eben so ein bisschen rund sind und... Bloß dieses Mal habe ich tatsächlich... Ne Hörnchen-Nudeln geholt, weil irgendwie... Ja... Ich irgendwie gerade heute Lust hatte, irgendwie auf Hörnchen-Nudeln. Nichts. Äh, Rufus, ich weiß, du bist eh so eine halbe Nudel. Ja, also Nudeln drei bis vier Mal die Woche. Also, ist egal, welche Sorte. Hast du keine spezielle Sorte, die du besonders magst? Die ganz normalen Fossilie-Nudeln. Hm. Herzlichen Gruß geht an den Envy, der hier im Chat ist. Der sagt Macaroni. Nein. Ne, Fossilie-Nudeln sind Spirellis. Ja, ich glaube... Nee, ich hab Fossilie-Nudeln noch ein bisschen was an... Nee, nee, Regatonis sind ganz normale Nudeln. Die, ähm, Fossilie sind Spirellis. Ja. Und die normalen Macaronis sind eigentlich keine... Ja. Das sind längliche Nudeln, die innen hohl sind. Das sind Macaroni. Das sind richtige Macaronis, genau. Aber die sind halt länger als normale Rigatonis. Also, die Nudeln, die man als Macaronis bezeichnet, sind meistens aber eigentlich Rigatonis. Verstehst du, was ich meine? Ja, es gibt nur mal Macaroni-Chips, wenn du das meinst. Das sind beispielsweise meine, die Büsse nur hin. Das sind wie Macaroni, nur ein kleiner. Ja. Und eigentlich ist es meines Erachtens perfekt für den Auflauf. Die kommen ungekocht rein und dann saugen die sich so mit der Soße voll und werden dadurch halt gar, weil die so klein sind. Riesstisch lecker. Ja. Gut. Nächster Feiertag des Tages, weil wir schon dabei sind. Ja. Ja. Komm mal. Alter. Geht denn bei dir ab? Geht denn mit dir ab? Hab ich zwei davon. Warte fuck. Was hat mir denn das oder ermögelt? Hatt ich damals noch mal gekauft für 3 Euro. Und ich hab damals gekauft, äh, gezeigt. Es ist ein Doppelpack, äh, äh, NFL-Schüssel für 3 Euro. Okay. Wie ist cool. Gibt die auch mit Team-Logo bei dir oder tatsächlich nur mit... Wieso? Was anderes hatten sie bei der Vorderung? Schiefs-Logo hat er schon rausgeräumt. Hm. Die hatten die... Die gab's in weiß und in schwarz, aber in schwarz waren sie ausverkauft. Hm. Die hatten sie direkt nach dem Superbowl. Oh. Okay. Ähm, jetzt dieses Jahr Superbowl oder tatsächlich schon ein bisschen her? Nee, dieses Jahr. Vielleicht hast du ja das Glück, dass nächstes Mal zum Superbowl die wieder so welche haben. Vielleicht sogar mit Bill Bills drauf, wer weiß. Vielleicht kommen sie ja ins Finale. Na, die Böse und die 49ers kommen ins Finale und die 49ers gewinnen. Hm. Würd der Rufus aber nicht gerne hören, dass seine Eagles nicht ins Finale kommen. Ja. Die 49ers verdienen in halbfinale gegen die 49ers. Meinst du dieses Jahr auch noch was? Ähm. In halb der NFL wollen wir da jetzt schon drüber reden? Nein, das war jetzt... Genau. Ich brauche jetzt nicht darüber ausführlich zu reden. Dann, Immon. Mhm. Ich schwöre dich sehr ungern beim Essen. Ja. Mhm. Aber... Heute eine zweite Sache, die ich eigentlich auch angekündigt hatte. Heute ist Tag, dass er tragt auffällige Klamotten. Dann, da war ja was. Ja. Der Immon trägt was Auffälliges, tatsächlich. Nämlich, äh, das habe ich auch heute zum Tipp an gehabt. Ist das ein Luigi-Shirt? Ja. Das ist ja cool. Ein Luigi-Shirt. Ganz ehrlich, wie auffällig ist das bitte? Normalerweise trage ich ja auch eigentlich relativ dunkle Sachen. Aber, äh, heute mal in so einem strahlenden Grün. Weißt du, wo man sich so denkt, so... Okay. Normalerweise nicht. Aber heute, heute darf ich. Heute ist, äh, Tag des, äh, auffälligen Sachen tragen. Ähm. Deswegen, ich bin ein bisschen, äh, verwundert. Enttäuscht. Ich habe es vergessen. Dass ihr es beide nicht getan habt. Ich habe es komplett vergessen. Da wäre noch meine Erinnerung sinnvoll gewesen. Ja. Ich habe nur an die Nudeln gedacht. An das Nudeln-Gericht. Ja, gut. Ähm, auffällige Geschichten tragen. Tut ihr das? Oder eher so das schlichte Schwarz? Ja, dunkelgrau und sowas. Das... Meins, ja. Ihr werdet lachen. Aber mein Kleiderschrank besteht aus exakt zwei Farbtönen. Mhm. Weiß und Schwarz. Ja. Was dazwischen habe ich eigentlich nicht außer maximal noch drei rote Pullover. Die auch alle Oversized sind, wovon ich meistens nur einen trage. Mhm. Ähm, aber ansonsten T-Shirts in Weiß, T-Shirts in Schwarz und Pullover Konsequenz in Schwarz. Mhm. Ich bin ja grundsätzlich relativ farbenfroh. Das sieht man ja allein bei meinen Bundesliga-Tipps. Dreimal was Blaues, mal was Rotes, mal was Lilanes. Also bei mir tatsächlich eigentlich komplettes Potpourri aus allen möglichen Farben. Das Ding ist bloß das, dass ich tatsächlich nichts Gelbes und nichts Orangenes habe. Weil man mir immer gesagt hat, so von wegen Gelb und Orange passt nicht zu mir. Weil es mich noch blasser steilten lassen würde, als ich schon bin. Aber Rot geht in Ordnung, weißt du? Ja. Du bist wirklich immer so der Herbsttyp für kräftigere Farben, die nicht zu hell sind. Deswegen, also, ich habe alle möglichen Farben. Und, ähm, ich trage die auch, weißt du? In der Masse, deswegen meinte ich ja, so viele in der Masse tragen ja immer nur so dunkle Farben. So grau, schwarz, wie auch immer. Da falle ich halt auch gerne mal auf, dann. Dann trage ich irgendwie mal was Pinkes, obwohl, ja auch Pink. Ähm, was Pinkes, was Lilanes, was, ähm, was Weinrotes, was strahlend Blaues, weißt du, wo du dir denkst, so. Ja. Schön, aber nein. Noch nie hier. Würde ich sagen, habe ich früher gemacht, dass ich relativ viel Blaues hatte und auch ein paar rote Sachen. Ich meine, ich habe ja extra früher für den Motto Tag der 5. Klasse damals ein rotes T-Shirt gekauft. Und seit ich zweimal ein. Zum Motto Tag der 10. Klasse und zum Motto Tag der 13. Klasse. Ja, wow. Übertreib halt. Ja, aber so ein Motto. Ja, aber so ein Motto. Das Ding mir ein. Und dann wurde es entsprechend auch, das passt mir mittlerweile auch nicht mehr. Ja, aber du hättest es jetzt nicht in der Nähe, oder? Ne, ich habe das jetzt weggeflogen. Dann hatte ich noch ein blaues T-Shirt mit dem Spruch drauf. Mir immer aus Shakespeare, Summet, Akt 5, Vers 4, Zeile 3 zu zitieren. Nein. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber okay. Ja, das ist immer aus Shakespeare, Summet, Akt 5, Vers 4, Zeile 3 zu zitieren. Nein. Ja. Das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat. Das ist im Handels, Akt 5, Vers 4, Zeile 3, steht das Wort Nein. Nein. Ah. Kann man machen, muss man nicht, aber der ist gut. Das ist mir mittlerweile auch leider zu klein. Da hatte ich mir überlegt, ob ich das nochmal nachkaufe. Mhm. Weil das fand ich eigentlich ganz, fand ich eigentlich relativ lustig. Mhm. Weil ich es dann immer konsequent immer nur auf ein T-Shirt gezeigt habe und weggegangen bin. Wo sind es denn, ich sehe wirklich nicht so auffällige Sachen. Ich meine, ich hätte mich jetzt auch hier in Natzhose hinsetzen können, aber das sah komisch aus. Aber es wäre auffällig. Naja. Wie denn? Da müsste er aufstecken dafür. So, du siehst doch die blauen Hosenträger und du siehst doch den Latz von der Hose. Mein L kannst du ja auch erahnen. L-Move. Aber noch verwirrender wäre es jetzt, hätte der immer noch eine Mario-Mütze aufgehabt. Ja, dann hätten die Leute alle gedacht so von wegen, okay, the fanboy, yeah. Nein. Ein Unentscheid, äh, ein Cosplay, dass ich nicht entscheiden kann. Ja. Das hätte ich auch sein können. Ja, aber nein. Ich war ja tatsächlich mal... Ich auch, aber nein. Ja, ich war ja tatsächlich mal überlegen, mir so irgendwie so... Es gibt ja diese, bei Pokémon GO sieht man das ja auch manchmal, diese Karpador-Mütze. Ja. Tatsächlich mal sowas zu holen. Ja, damit kannst du Aufmerksamkeit auf jeden Fall generieren. Absolut. Ja. Und sowas von? Hast du noch irgendwas Auffälliges bei dir im kleiner Schrank? Außer deinem Öl? Nö, ich habe jetzt nur noch meine Caps von der ELF. So, die sind wahrscheinlich das Auffälligste, was ich habe. Okay. Nächsten Tag des Tages? Ja. Ja, also meine lieben Freunde, meine lieben Statistiker unter euch, ihr werdet euch freuen. Und? Denn heute ist Tag der Tabellenkalkulation. Ah Mensch. Ja Mensch, da haben wir doch den Hufus hier unten in der Ecke. Was kann der Hufus denn uns über Tabellenkalkulation so erzählen? Rufus, machst du nicht vom Beruf irgendwas in Richtung Analyse? Analyse würde ich jetzt nicht sagen, was ich da mache. Also, ich habe jetzt wenig mit Excel zu tun oder sowas. Aber ist schon ein feines Ding. Finde ich besser, sich darüber was auszurechnen, als wenn du die Rechner-App offen hast. Mal einmal nach. Und, ja, ist eigentlich gerne gesehen. Also, ich benutze auch gerne Google-Tabellen für mein Zeug. Siehe die Jahreswertungen und die ganzen Statistiken, die wir in der WCL haben, jetzt über sieben Jahre fast. Ja, es sind schon sieben Jahre, ne? Alles in... Ich kann ja... Soll ich mal sagen, wie viele Tabs das mittlerweile sind? In Google-Tabellen. Könnte ich mal raten, wie viele Tabs das sind. Also, es gibt sieben Jahre World Champions League. Davon gibt es eine Qualifikation. Es gibt... ganz viele andere Tabellenarten. Also... Ja. Ich würde sagen, 19. 19 Tabs. Insgesamt. Ja, unten diese Finger. Diese Mappen-Mail heißen sie, glaube ich, eigentlich oft. Ja, ich meine jetzt unten diese kleinen, ne? Das sind Mappen. Also, wir haben... Der erste Tab, den ich habe, hier ist Statistiken. Zweiter Tab, Verteilung bis Ende FIFA 19. Dann der dritte Tab ist die Quali von FIFA 16. Dann FIFA 16. Das sind jetzt schon vier. Dann Punkte in FIFA 16. Fünf. Dann... Ich zähle einfach mal und dann nochmal weiter. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Das heißt, fünf für FIFA 17. Dann nochmal fünf für FIFA 18. Da sind wir bei 15. Dann nochmal fünf für FIFA 19. Sind wir schon bei 20. Dann nochmal fünf für FIFA 20. Sind wir bei 25. Dann nochmal fünf für FIFA 21. Sind wir bei 30, ne? So, dann haben wir FIFA 22 mit auch nochmal fünfen und dann nochmal fünfen. Das sind wir also bei 45. Plus, dann kommt noch dazu, Jahreswertung, Club-Koeffizienz und Top-Team. Ja, das sind wir bei fast 50 an Tabs. Nicht schlecht. Für sieben Jahre. Genau. Und das bei so einer Tabellenkalkulation. Ja, ja. Das ist ein Fußballspiel. Ja, das krasseste ist immer die Punkte auszurechnen pro Jahr. Denn jedes Jahr kriegen die jeweiligen Länder Punkte, je nachdem wie die Vereine in diesem Turnier abschneiden. Möchtest du erst für den Wort erklären, was das ist? Ja, ich bin komplett aus dem Fußball aus. Genau. Also für Siege in der Qualifikation gibt es Punkte, für Unentschieden in der Qualifikation gibt es Punkte. Und je nachdem in welcher Runde du in der Qualifikation ausscheidest, gibt es auch Punkte, ne? Das ist klar. Also da gibt es dann Punkte für das jeweilige Land. Und die Länder sammeln halt Punkte und je mehr Punkte die haben, gibt es dann halt eine Fünfjahreswertung. Das heißt, die Punkte letzten fünf Jahre werden zusammengezählt und je nachdem wie gut das Land ist, kriegt es halt halt mehr Vereine in dem Turnier. Verstehst du? Das ist halt die Berechnung dazu. Und je nachdem wie gut halt das Land dann abschneidet, kriegt es dann halt mehr oder weniger Punkte und das kann dann halt im Ranking absteigen oder aufsteigen. Ich habe jetzt die WCL beendet und da hat sich jetzt auch einiges getan in der Fünfjahreswertung nochmal und auch im Club-Koeffizient, also in der Club-Weltrangliste, da hatte ich auch ein bisschen was getan. Also ja, tatsächlich ist keiner aus den Top Ten rausgeflogen aus den Top Ten. Krass gewesen. So. Genau, ich glaube, Juventus droht nächstes Jahr dann rauszufliegen. Ich weiß gar nicht, sind die qualifiziert für die Champions League? Nö, die dürften nicht. Ich habe es schon aufgeschrieben, stimmt. Italien. Nö, da haben wir Neapel, Lazio, Inter. Ah, also in AC. Ähm, genau. Ich habe schon ein bisschen was aufgeschrieben. Manche haben noch nicht beendet. Die halt im Jahresrhythmus spielen. Genau. Weiß ich noch nicht, ob ich es jetzt in EFC mache oder im Football-Manager. Ja. Was ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich gucke mir erst mal an. Ich weiß noch nicht, wie es da, also wie ich ein Football-Manager so, wie das so wird. Aber es scheint ganz gut zu sein. Und Anfang November kommt der ja auch raus und dann kann ich mal gucken, was man da so machen kann. Du weißt doch, wie der letzte war. Du weißt doch auch, wie der nächste sein wird. Ja, weiß ich nicht. So, Marie. Siehe die Haushaltstabelle, die du seit Erstellung nie wieder angeguckt hast. Schön, dass du den Chat nicht beachtest, wie immer. Es tut mir leid. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich, du achtest, jetzt habe ich noch Whatsapps gekriegt, auch es tut mir leid. Du achtest, weil, wie immer nicht auf den Chat-Thema ist sowieso schon halb abgeschlossen. Heißt, der Witz ist jetzt auch schon wieder veraltete Zeit dran. Ach, Mann. Ne, wir reden ja noch über Tabellen. Wir reden ja noch über Tabellen. Ja, ich habe auch mal eine Haushaltstabelle gemacht. Die habe ich dann nie wieder geöffnet. Also, wer was im Haushalt war. Wahre! Ich sag mal so, so wie Rufus da wahrscheinlich eingetragen hat, steht da auch überall einfach nur Marie drinne. Nein. Da muss er die nicht mehr öffnen. Nein, nein, nein. Also, am Anfang stand viel Marie drinne und dann wurde ein bisschen was geändert. Da ist schon immer noch Marie drinne. Nee. So. Ja, nächstes Jahr fliegt da dann FIFA 19 raus, ne? Ja. Ja, da hat Spanien am meisten abgesahnt. Aber auch schön, damit du das weißt, ab 5. November, die alten Spiele gehen über den Jordan, ne? Das heißt, wenn du jetzt noch die Spiele haben möchtest, also die alten FIFA-Spiele, solltest du sie dir noch mal runterladen. Du hast noch bis zum 5. November Zeit, dann fliegen sie raus. Ich brauch die nicht runterladen. Okay. Ich will die nicht spielen. Okay. Die alten FIFA-Teile zumindest nicht mehr. Ja. Hab ich kein Interesse dran. Gut. Weil bis FIFA, also 21 ist das letzte, das letzte, was rausfliegt. Also 22 ist dann das älteste aktive Spiel noch. Ja, das ist ja egal. Ich meine jetzt in der Wertung, in der Tabelle. Ja, ja. Aber nur, dass du es weißt. Also, ne? Ja, ja. Wenn du irgendwas, also spielemäßig elektronisch runtergeladen hast oder runterladen möchtest, solltest du es bis, äh, 5. November tun, weil danach ist vorbei. Ja. Wartet. Das heißt, ihr habt euch vor Jahren für teuer Geld ein Spiel gekauft, was ihr jetzt nicht mehr spielen könnt. Ja. Also theoretisch dann ja. Praktisch gesehen habe ich die Spiele ja. Das ist ja wahnsinnig. Ja, aber das ist EA. Das ist EA. Mein lieber Your Lord. Ich habe mir die Spiele hier tatsächlich auch original geholt. Ne? Also das ist hier FIFA 20. Spoiler für alle anderen, da bin ich gerade an einem Projekt für jemanden anderes. Aber pscht. In FIFA 20? In FIFA 20, ja. Ja. Ähm. Was EA da macht. Ja, aber EA, auch Formel 1. Formel 1, glaube ich, bis auch 2020. Alles davor kannst du dann nicht mehr spielen, wenn du es elektronisch gekauft hast. Wenn du es so gekauft hast, dass du da eine CD drinne hast, hier, eine CD drinne hast, ist das kein Problem. Du kannst diese CD weiterhin nutzen. Ohne Probleme. Hast du das Ding aber dir runtergeladen, per Code oder per, ähm, online, was weiß ich, nicht eShop. Whatever. Dann ist vorbei. Dann ist es Ende Gelände. Außer du lädst es dir noch runter. Dann kannst du es nicht normal runterladen, weil dann ist es vorbei. Wark würde ich ehrlich gesagt, aber da muss einfach nur mal jemand dagegen klagen, weil du hast das Spiel gekauft und dann kannst du es nicht mehr spielen online. Das ist ja schon fast Scam. Das ist ja aber, da wollte er wahrscheinlich irgendwo in den AGBs von EL stehen. Selbst das wäre rechtswidrig, meiner Meinung nach. Ne, also ich glaube, da hatten sie auch schon mal so ein... Sorry, ich kann ja auch als Webseite irgendwas in die AGB schreiben. Wenn du hier drauf gehst, musst du in drei Stunden kacken. Also... Ja, klar, die AGBs müssen, da darf nichts drin sein, was nicht zu erwarten drin ist. Aber ich wette, die haben dann noch irgend so einen extra Paragrafen irgendwo, die du, weil du halt einfach nur alles bestätigst, wo drinnen steht, dass es nur eine digitale Kopie ist, die du gerade kaufst und dir das Nutzungsrecht entzogen wird, sobald das Spiel nicht mehr auf dem Server ist. Genau. Das ist genau das. Am Ende noch so ein Spruch. Danke für dein Geld. Du bist ein Vollidio-Form, kaufst du das nicht als hartes. Hahaha. Ja, im Endeffekt fehlt nur noch das. Vielleicht steht es irgendwo im Kleingedrucken, aber... Das Blöde ist ja, wenn du dir PC-Spiele hart kaufst, dann sind ja meistens in diesen Harddisk-Code drinnen fürs Online bekommen. Also... Ja, das ist aber nur zum Aktivieren. Genau. Den Code brauchst du nur zum Aktivieren. Das heißt... Ja, aber wenn du... Aber du hast es ja dann online. Das heißt, du musst es trotzdem runterladen. Du hast es nicht auf CD. Doch. Nein, du hast es nicht auf CD, wenn du nur den Code in dieser Harddisk-Code kriegst. So, jetzt sucht er. Jetzt sucht er. Aber irgendwie... Aber sowas in der Art hatte ich tatsächlich beim Fußballmanager. Beispiel, du kaufst irgendein Spiel für den PC. Ja. Du hast doch keine CDs mehr da drin, das sind Codes. Nicht nur, du hast... Also ich habe exakt ein Spiel mit Code. Ja, das wirst du dann nicht mehr runtermachen können. Wenn es nur den Code gibt. Wenn es nur den Code gibt. Da bin ich dauerhaft drauf. Aber beispielsweise Skype oder Farquay oder jeden Fall Sautbarkeit. Da ist die CD drin, mit den Spieldateien. Auch alle Just Cause-Teile beispielsweise. Gut, bis auf den Vorten habe ich nur online... Ja, aber eine CD ist das ja was anderes. Aber ich meine jetzt, wenn du... Du brauchst immer einen Aktivierungscode, weil du den ja brauchst, damit du dieses Spiel überhaupt erstmal in deiner Bibliothek zuweisen kannst. Was aber auch akutisch wahrste nicht ist, dass du dir ein Spiel kaufst und brauchst trotzdem eine Internetverbindung, damit du dieses Spiel überhaupt aktivieren kannst. Ja. Dann kannst du es ja sonst auch nicht spielen. Ja. Dann kannst du es installieren und dann kommt... Ja, aktivier mal bitte. Ich habe... Stell dir mal vor, Alter, hier kommt der größte Atomkrieg ever. Du hast kein Internet mehr und dann willst du dir ein neues Spiel installieren, um dich mal ein bisschen aufzuheitern oder dann geht das nicht. Nö. Also bei manchen Spielen geht es. Alle Spiele, die nicht bei Steam oder Epic oder sonst was drin sind, die kannst du ja so weitermachen. Das heißt, ich könnte rein theoretisch Just Cause 1 dauerhaft zocken. Das wäre nicht das Problem. Ich glaube, ich könnte auch die South Park Spiele, die sind zwar aktiviert, aber ich glaube, da brauche ich noch nicht zusätzlich noch mal was, die könnte ich glaube auch so zocken. Das würde reichen. Für eine Weile. Und den Rest... Und das Weile, Alter. Ja, ich sag mal so, ich habe auf meinem PC dreimal Assassin's Creed. Und zwar die drei... Also bis auf Merage, Merage, schulde ich mich nicht. Ich warte, bis dieses Salem rauskommt. Also Assassin's Creed Hexe oder Codem Hexe. Das sind alleine sehr, sehr, sehr viele Stunden, die ich da verbringen kann. Ich meine, in Valhalla habe ich 170, 180 Stunden verbracht. Auf einem Spielstand, die durch war. Nicht auf 100%. Und Odyssey und Origins ist auch nochmal... Muss ich mal anfangen. Und auch nochmal unendlich viel Zeit kosten. Ja, aber da muss man die Zeit so aufbringen, ne? Das ist das Problem. Ja. Und Elden Ring kannst du praktischerweise, weil es auch installiert ist, da kannst du... Ich glaube, da habe ich 400 Stunden drin. Ja, aber dadurch, dass du es ja installiert hast, ist ja alles entspannt. Deswegen, also ich... Du kannst es nur nicht neu dann nach der... Also bei EA ist das so, nach dem 5. November kannst du nicht neu. Wenn du dir jetzt überlegst so von wegen... Ja, FIFA 16 hätte ich jetzt Bock irgendwie. Habe ich ja irgendwo mal gehabt. Das habe ich mir ja irgendwann mal downgeloadet. Ich lade es mir jetzt mal runter. Das geht nicht mehr. Dann sagt EA, nö. Und das ist scheiße von EA. Also EA, ihr macht doch scheiße. Ja. Der Grund ist der, die Spiele werden nicht mehr gespielt. Deswegen brauchen sie nicht mehr online stehen. Das ist doch akutiver Schwachsinn. Ja, aber das ist die Begründung von EA. Das ist, als solltest du sagen... Ja, ich schneide mich nicht im Auto an. Deswegen sagt die Autolobby, ja gut, dann bauen wir halt keine Gurte mehr an. Das ist akutiver Schwachsinn. Irgendwann kommt mal wieder einer, der sich anschneiden möchte, weil er nicht lebensmüde ist und dann stoppt. Ja, dann darf er das nicht. EA hat gesagt, nein! Sorry, EA, also... Ich meine, ihr seid eh in der Kritik, weil ihr nichts weiter macht als Lootboxen und den kleinen das gleiche Spiel nochmal im nächsten Jahr über Teuer zu verkaufen mit DLCs. Ich warte immer noch, bis irgendwann mal ein Vielfalt-Zombie-Modus reinkommt. Das fehlt noch. Es gibt ja schon den Zombie-Jubel, also mal gucken. Selbst das, glaube ich, das kommt bevor EA aufhört mit Lootboxen, jedem Jahr das gleiche Spiel für einen übertautenden Preis rauszuholen und eine Spiele abzuschalten, kommt irgendwann in den FIFA meinen Zombie-Modus. Das ist mein Wetter. 20-23, weißt du? Insider berechtet einfach 15 Jahre vorher. Ja, genau! Das wäre auch... Aber das war so unglaublich. Und das wäre wieder angemeist, dass er wirklich aliens bei sich hat, also... HC! Die sind ja weg! Ja, ja, aber diese Info haben sie dir noch gegeben. einen großen Block und diese 30 Bücher dargelassen mit den Zukunftsdingern. Du, ich könnte hier rüberschwenken. Ich habe hier eine ganze Bibliothek von Sachen, die dir nicht passieren. Erzählen! Weißt du, das sind auch schon Simpsons Folgen von demnächst, aber... Ja. Okay, okay. Folgende Frage. Ja! Wie bei... Der hat doch schon was beschnickt. Kommt nächste Simpsons Halloween-Folge raus. Vor- oder nach Halloween? Ich würde sagen nach! Es ist traurig, aber wahr. Die Simpsons Halloween-Folge kommt wirklich dieses Jahr nach Halloween raus. Das heißt auf Deutsch gesagt, er hat diese Bücher wirklich... Da steht, wir haben es jetzt bewiesen. Ja, es ist wie es ist leider. Wie sind wir eigentlich auf FIFA gekommen? Tabellenkalkulation, genau. Genau. Ende. Meine Ausführungen sind zu Ende. Gut. Was hat der Lord mit Tabellenkalkulation zu tun? Ich bin kein groß... Also Excel ist ein mächtiges Toolset, unser Chef immer. Ich nutze es persönlich zur Zeitaufassung. Ja. Meine Arbeitszeit und aktuell zu Hause für mein Lernprotokoll. Sonst nutze ich den Scheiß nicht. Excel können... Aber nur für mein Lernprotokoll. Beste ever, ehrlich. Mach das wegen OM, damit die dann auch... Ja, hatten wir ja schon kennengelernt. Die Oma, die einfach nicht irgendwie... Ja, wo ich einfach nur noch jeden Tag noch X reinpacke. Ja. Überall. Ich habe einfach wirklich so eine Tabelle, wo nichts weiter ist als X. Wo einfach nur steht, äh, Störungen, äh, Tagsüber, Störungen, Nachtruhe, Störungen, Mittagsruhe und am Wochenende, Freitagsruhe. Wie ist der bei mir doch? Was, Alter? Wie heißen die? Wonneberger? Was? Okay. Hast du da jemanden, der so heißt, der so Stress macht, oder? Nein, war einfach nur ein Beispiel. Ach so. Ja. Kommst du aber auf den Namen? Deswegen. Einfach so, das Beispiel. Aha. Also irgendwie, glaube ich, da ist mehr dahinter, lieber Rufus. Hm. Nein, ist es nicht. Liebe Frau Wonneberger, wir kennen Sie alle jetzt. Liebe Frau Wonneberger, was auch immer Sie Rufus angetan haben, machen Sie weiter. Nee, das kann ich nicht erzählen, das nennt sich Datenschutz-Marie, das kann ich nicht erzählen. Doch, erzähl! Nicht los! Ja, ja, ja. Nein, dann hätte ich einen Pseudonamen nehmen müssen. Die Frau Wonneberger, du erzählst über die Frau... Tonneberger. Oder Müller. Müller! Müller! Müller ist ein guter Name! Müller! Nicht im Detail, doch mal die Geschichte. Nee, ich rede über Frau Tonneberger. Ja! Was erzählt, was hat die denn getan? Die Frau Tonneberger? Ja! Ja! Naja, das war mal... Also Maria ist ja mal... Hat ja auch kurz mal alleine gewohnt, bevor wir zusammengezogen sind. Ja. Und ihre Nachbarin war die Frau Tonneberger. Ja! Ja! So, und ich war ja dann auch manchmal da und hab dann auch mit dort geschlafen und so. Ich hab ja noch bei meinen Eltern gewohnt, nach dieser Zeit. Ähm... Ja, und die Frau Tonneberger, die hat gerne mal Zettelchen an die Tür gemacht, mit der Hausordnung machen. Ja. Weil ja keine Firma kam, dort das Treppenhaus zu machen. Das war so ein Ding und... Ich weiß nicht, was soll ich noch erzählen noch? Wie... Also, die Frau Tonneberger, die hat ja schon einige Storys hinter sich. Hau raus! Hau raus! Ja, nee, äh... Doch! Wir sind alle gespannt, ich und meine Leute hier. Ja. Das mit dem Bullen, ja, eines Abend hatte sie Frau Tonneberger mit ihrem Mann irgendeine Feier bei sich drüben gehabt. Ähm, das war Freitagabend und dann Samstagabend oder so, ich war ja da, also am Wochenende war ich meistens da, dann hab ich dann dort, äh, geschlafen bei der Marie. Und, ähm, ja, die Frau Tonneberger und der Herr Tonneberger, die haben halt, ähm, die haben halt Gäste gehabt, sondern das ging dann halt bis, ja, bis um, bis um elf oder so, bestimmt, oder? Nee! Von hinten, nee! Von hinten, nee! Mit den Gästen, mit den Gästen, die sind halb eins gegangen. Die sind halb eins gegangen. Okay, ja, das war im Treppenhaus natürlich sehr laut, ähm, und da wurde viel gelacht beim Tonneberger drüben und auch im, äh, im Treppenhaus, so, da haben wir gedacht, oh ja, jetzt ist endlich mal Ruhe, ne? Können wir in Ruhe schlafen? Nee, was macht der Herr Tonneberger und die Frau Tonneberger? Die machen erstmal richtig harte Musik an. So richtig, der macht's uns, 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 ne? Dann geht's richtig ab. Ähm, und dann ist die Marie halt immer rüber, hat angekloppt, hat gesagt, hier, was ist denn hier los alles? Schon fast um eins, was geht denn hier los, ey? Ähm, mach mal bitte leiser. Haben sie gesagt, ja, okay. Nichts war. Nichts war, ne? Waren sie nochmal drüben. Das hättest du nicht machen sollen, sie hätt eigentlich direkt die Polizei rufen sollen, das haben wir dann nochmal später analysiert. Denn dann, ähm, wurde es immer noch nicht leiser nach dem zweiten Mal. Da haben wir die Polizei angerufen, denn die Frau Tonneberger und der Herr Tonneberger, die haben das halt noch nicht leise gemacht, so. Das war bestimmt schon halb zwei um zwei. Ja. Garantiert. Ja. So, und dann, äh, ja, Polizei angerufen, oh, schicken jemanden vorbei. Aufgelegt, keine fünf Minuten später, war nicht die Polizei da, sondern die Musik war aus. Was macht man denn da? Nochmal die Polizei angerufen und gesagt, jetzt ist Ruhe hier, sie brauchen nicht vorbeikommen. Ja, hätten wir beim zweiten Mal rübergehen angerufen, anstatt rüber zu gehen, dann wären die dran gewesen. Du brauchst dann übrigens gar nicht absagen, ähm, du sagst... Ja, aber wir hatten keinen Beweis, wir haben das nicht aufgezeichnet. Das ist dumm. Aber selbst dann, ihr habt das ja gemeldet, und die werden das wahrscheinlich auch im Hintergrund gehört haben, wenn die so laut war, äh, dann einfach, die kommen dann trotzdem vorbei, sagen, hier, so und so sieht's aus, wir haben eine Meldung bekommen, in Zukunft leiser, ab 22 Uhr ist ja Nachtruhe, und wenn's um eins ist, und ihr da erst anruft, dann wissen die auf jeden Fall erst nach 22 Uhr. Ja. Ja, die Tonne Bergers, die haben's halt nicht so in die Uhrzeiten, ja. Kenn ich. Das war die große Tonne Berger-Story. Gibt es auch kleine Tonne Berger-Stories? Ey, wir waren bei Tabellenkalkulation, also... Ja, das ist jetzt rum. Ach, Mann. Gut, immer, und dann bist du jetzt noch, was ist deine Lieblings-Tabellenkalkulation? Was nutzt du am meisten bei Exe oder auch dem Leofil-Neukalkulat? Ja, tatsächlich, tatsächlich ist das, ist das so, dass ich, äh, es gab mal... Was machen wir jetzt nicht? Hm? Alles gut, ich hab mit dem Chat geredet. Okay, was sagst du denn? Du regulierst den Chat? Nein, ich hab mit dem Chat geredet, alias Marie. Ja. Rufus, das ist unrealistisch, dass du mit dem Chat reagierst. Hab ich aber gemacht gerade. Erzähl, was ist denn passiert? Nix. Okay, soll ich meine Story dann jetzt erzählen oder noch nicht so? Ja. Okay, also, ähm, ja, es gab mal in der Schule, äh, so eine Art, ähm, elektronischen Führerschein. Da konntest du, äh, sowas wie Word, Excel, PowerPoint und alles mögliche, ähm, professionell sozusagen lernen. Das heißt also, das, was man so kann, so das klassische, ne, eine PowerPoint-Präsentation erstellen oder irgendwelche Formeln errechnen oder irgendwelche Briefe schreiben. Schnarch. Aber alles, was danach kommt, ne, so mit Animationen bis hin zu Formeln bis hin zu irgendwelchen... Fortnite. Hm? Nix. Äh, okay, ähm, ne, ob es jetzt nur zum Beispiel der S-Verweis in Excel ist oder die Rangliste in Excel ist oder was weiß ich, habe ich alles dann gelernt und tatsächlich auch ein Zertifikat dafür damals bekommen. Boah, Excel-Zertifikat. Hm. Ich glaube, ich hatte Excel, glaube ich, irgendwie zu 92% diese Aufgaben alle gekonnt. Also, ne, was man... Was nur? Ja, ich weiß, ähm, manchmal, manchmal passieren auch einigen Flüchtigkeitsfehler, so lebt dort eben im Leben, ne? Mach, 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 mach. Ja, ich weiß, es war sehr schmach. Aber, ähm, also tatsächlich... Du hast dieses Zertifikat nicht von dich. Ich müsste es suchen, ich glaube tatsächlich irgendwo liegt es. Aber ich müsste es suchen. Ist es wichtig in deiner Bewerbung, falls du von, äh, Apple mal zu Samsung wechseln und das Excel-Zertifikat, ja. Du verstehst, tatsächlich... Diese komischen Zertifikate habe ich tatsächlich zu meinen Bewerbungsunterlagen damals für meine, ähm, meine Ausbildung tatsächlich dazugelegt. So von wegen, es heißt ja immer gerne Excel-Kenntnisse gut, Word-Kenntnisse gut, aber so ein, äh, Führerschein dafür zu kriegen, dass es dann heißt, ey, ich habe Expertenwissen dafür, ist wohl dann nicht nur gut, sondern fantastisch. Also, ähm... It's fantastic! Ich bin jetzt ganz stark dafür, dass wir die Folge einfach nennen, immer und der Excel-Experte. Nein, eigentlich wollten wir die Tonnenberger, äh, bei den Tonnenbergers nennen. Aber passt dann. Oh, nee, ich bin jetzt nicht... Ich muss jetzt einmal hinschreiben, wie man Tonnenberg schreibt. Tonnenbergers mit W. Oder Tonnenbergers. Schreib uns mal bitte... Ne, mit W. Mit W. Tonnenbergers. Wie schreibt man den Namen, heißt die Folgen. Wie eine Tonne und dann Werger. Wie ein Würger, nur mit E. Schreib uns mal bitte den Namen einfach mal rein, die Tonnenbergers. Ja, mach ich. Ja, aber in unsere Gruppe. Ähm, also, tatsächlich, äh, hab ich diesen, äh, komischen, äh, Führerschein gemacht. Der hieß, glaub ich, ECDL-Führerschein. Ich weiß gar nicht, ob's das noch gibt. Ähm... Sagt mir nix. Macht nix. Wie gesagt, gab's bei uns, wir waren ja auf so einer, äh, ich war ja auf Wirtschaftsgenasium früher. Sagt mir nix. Ja, ich war auf Wirtschaftsgenasium früher. Ähm... Sagt mir auch nix. Ja, weiß ich. Ist blöd. Da lernst du, da lernst du BWL, VWL, Rechnungswesen und hast du nicht für'n Scheiß neben Schule. Weißt du? Ähm... Von daher hab ich eigentlich relativ viele Berührungspunkte mit Excel. Auch eigentlich auf der Arbeit hab ich sehr viele Berührungspunkte mit Excel. Weil wenn ich irgendwelche, äh, Inventurlisten für wen auch immer vorbereite, mach ich jetzt alles mit Excel. So ist es... Funktioniert einwandfrei. Wenn du bestimmte Algorithmen einträgst, funktioniert das alles. Algorithmen. Ja, ne? Wie schlecht der Herr Specht. Ne, das ist nicht der Herr Specht. Das ist der Herr Immon. Ja. Also von daher, ähm... Ja, ich hab relativ viele Berührungspunkte mit Tabellenkalkulation. Ich auch, wie gesagt. Privat. Das ist echt spitze. Google Tabellen hilft mir. Bei allem. Ja. Wollen wir dann zum letzten Feiertag des Tages für heute kommen? Ja. Tag der zweiten Chance. Heute ist Tag der zweiten Chance. Ähm... Welch zufällig. Wollen wir jetzt mal so Deep Talk mäßig unterwegs sein oder weiterhin so funny unterwegs? Wo... Wollen... Wollen geht's eher für euch? Mischen aus beiden. Gut. Die große Frage geht dann als erstes an den Lord. Wo würdest du, egal jetzt in wo, eine zweite Chance jetzt haben wollen? Haben wollen? Ja, haben wollen. Nein. Also heißt beispielsweise, ähm, 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 Abitur, Abschlussarbeit in Spanisch. Wo du dann denkst, so von wegen, ja, also meine Note von damals war kacke. Oh, ich würd's jetzt nochmal ändern wollen. Die Richtung. Also... Heutzutage würde man immer gerne sagen, also früher hat man immer gesagt, was bereust du und würdest es jetzt ändern wollen? Mein Abitur bereue ich eigentlich nicht. Also Englisch tut mir meinen Englischlehrer aber noch ein bisschen neid. Mhm. Also nochmal, sorry. Sorry für die Arbeit, die ich dir abgegeben habe. Ich wollte nicht so viel schreiben. Ihr habt die scheiß Themen ausgesucht. Ähm... Wo ich jetzt halt die Chance haben möchte. Mhm. Ähm... Ich glaube, beim Lernen des Ersten... Ich hab ja damals in unserer Grundschule mal... Also ich hab ja schon im Kindergarten angefangen, war ja sehr musikalisch unterwegs. Mhm. Und meine Mutter hat mich an einem verregneten Mittwoch nach der Schule mal gesagt, komm, wir gehen mal in die Musikschule. Mhm. Ich weiß noch nicht, das war ein verregneter Mittwoch. Und wir hatten einen Tag da auf der Tür. Und... Ich glaube, eine zweite Chance, welches Instrument ich auswähle. Weil ich hatte damals Violine genommen. Ich meine, ich könnte es rein theoretisch immer noch spielen. Das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Weil da hätte ich die Rassel genommen oder so. Nee. Also wenn, dann hätte ich entweder direkt mit Gitarre angefangen, was ich jetzt spiele. Und ich hätte mit Piano angefangen, was ich mir irgendwann mal kaufen werde. Eins von beiden. Mhm. Das wäre so die zweite Chance, die ich wollen würde. Und wahrscheinlich aus jetziger Sicht Gitarre. Weil ich das jetzt spiele. Dann wäre ich jetzt weitaus besser. Das wäre so die zweite Chance, die ich gerne hätte. Okay. Rufus? Dann... Da jemand gefragt hat... Ja, hab ich gesagt. Und Rufus? Achso, das kam bei mir nicht an. Ah, jetzt bitte. Manchmal ist das... Ähm... Mit meinem 18. Geburtstag hätte ich mir ganz viele Bitcoins kaufen sollen. Die Chance hätte ich gerne. Nochmal. Das hättest du auch früher machen müssen. Vor allem war da halt 2013. Da waren wir beide gerade mal... Ja, aber 2018, da war es auch noch unter 1000 Euro. Also... Ja, aber da hättest du welche kaufen können. Ganz ehrlich... Ja, aber da hättest du welche kaufen können. Mit 2013... Da war ich drei... Da war ich 15. Da habe ich noch keinen Schimmer davon gehabt. Ja, aber wenn du mit 18 da warst... Ja, aber wenn du mit 18 da warst... Guck mal, du wirst 18... Ja, du kriegst so viel Geld... Gefühlt... Wie bei keinem anderen Geburtstag... Ja, wenn du da... Früher... Ja... Wenn du da mit 2016... Ja... 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 Oder... Ja... Warum nicht? Das heißt, wir würden uns nicht kennen, Rufus. Stimmt... Aber vielleicht wäre es trotzdem... Vielleicht hätte ich einfach trotzdem mal... Das Zeug gemacht, weil es auch wichtig ist... Also... So sehe ich das nicht, dass ich deswegen alles nicht mache... Und mir sage, ich habe keinen... Ich habe keinen Studiumabschluss oder so... Also... Aber siehs mal so... Nur weil du das nicht gemacht hast... Hast du heute die FET-Show... Deswegen kennt... Er hätte ich vielleicht auch so... Deswegen bin ich jetzt Streamer... Und deswegen... Weil du das nicht gemacht hast... Hast du... Heute... Marie... Das hätte ja trotzdem... Ich hätte ja nicht damit... Mein Leben verändert... Ich hätte nur finanziell... Doch! Doch, hättest du! Doch, 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 hättest du! Nur im Leben! Doch, du findest du... Nie im Leben hätte ich... Nie im Leben hätte ich... Niemals mein Fachabi gemacht... Und... Ähm... Ähm... Dann auch mein... Mein Studium! Wenn du alles... Das hätte ich... Auf jeden Fall... Trotzdem gemacht! Und je nachdem! Doch! Hundert Prozent hätte ich das gemacht! Ihr glaubt mir nicht... Aber es ist so! Ich hätte... Ich hätte... Ich würde... Ich würde... Darauf schwören... Dass ich trotzdem einen Absturz hätte... Haben wollen! Und das... Geht nur über das Studium dann... Oder halt über eine Ausbildung... Aber dann... Wie gesagt... Ich hätte mich ja für das Studium entschieden! Ich hätte mich auch so für das Studium entschieden! Auch wenn... Selbst wenn ich... Viele Bitcoins gehabt hätte! Außerdem war der Breakout von Bitcoin... Ja... In der Studienzeit! Bis dahin wäre ich nie im Leben rich gewesen! Dünn! Also... Es hätte sich... Hättet ihr euch nie kennengelernt! Also... Daran liegt es nicht! Aber... Ne? Es hätte sich nichts geändert! Ich hab' vergessen! Es ist ja erst... Es war... Viel später! Äh... War das 2021? Ja... Da gab's den richtigen Push! 2020 war das? Ne... 2021... So... Um die Dreh! Da ging's mal auf 60k hoch... Dollar! Ja... Und wenn du da vorher... Drei... Vier... Gekauft hast... Mindestens... Stell dir mal vor... Du hast... 2016... Zum Preis für das ungefähr... Ich hab' mal geguckt... Zu meinem 18. Geburtstag damals... War der Bitcoin-Preis bei 650... Dollar ungefähr! Ja... Ich dachte... Wovor du das da einfach mal für mir gekauft? Ja... Also... Oder ich hätte mal einen 10er reingedroppt! Aber das Risiko... Ja... Also nicht in den 10-Euro-Schein... Sondern... 10k... Ja... Also ein 10er... Ich glaub für so... In 2013... Ich glaub wirklich bei 50 Euro das Stück oder so... Ja... 2013 war ja dann... Da war ich... Das war ja dann nochmal 3 Jahre vorher... Ja... Das wären 15... Wer war da beide? Da hätten wir kaufen müssen... Ja... Aber es geht ja auch wenn du 18 geworden bist... Also... Bei 650 Euro... Bei dem was ich bisher in Krypto investiert hab... Hätte ich... Locker mehrere Bitcoins schon... Für den... Preis gehabt... Vielleicht... Weil das summiert sich ja über die Jahre... Was man da so rein... Buttert... Ja... Also ich hab ja jetzt auch... Ich hab ja... In... 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 Cardano drin... Ja... Wo man... Die Hoffnung hat... Dass der... Irgendwann auch mal explodiert... Und wenn... Dann wissen wir... Hufo ist das Rich Boy... Genau... Und wenn... Würde man... Würde ich das nicht sagen... Ach so... Ist das so... Wie viel ich habe... Okay... Ist aber gut zu... Und ich würde auch nichts an meinem Lebensziel verändern... Naja... Weil wenn du das plötzlich machst... Sorry... Ja... Es ist schwierig... Ja... Oh gut... So... Der... Der Cardano Preis... Wo ich das damals gekauft war... War bei 6 Cent... 5 Cent ungefähr... Der ist ja jetzt... Wieder bei 2... Äh... Nicht 6 Cent... Bei 50 Cent... 30 Cent... So ungefähr... Jetzt ist er wieder bei 20 Cent... Oder 25 Cent... Und das höchste... Was man da war... Waren... 3 Dollar... 16... So... Wenn du da von... Von... Von 20 Cent... Auf 3 Dollar 16 hoch gehst... Und du hast schon... Bei 20 Cent... Massiv gekauft... Das ist ein... Von x-fachungen... Das ist schon krass... Mhm... Aber wenn das Ding mal... Auf 100 geht... Dega... Gute Nacht... Alter... Dann hab ich... Also ich wäre gut... Rufus... Wenn das... Wenn das Ding jemals... Vierstellig wird... Dann sitze ich nicht mehr... In einer Wohnung... Das sag ich dir... Ja... Dann... Irgendwo... Ein Palast... Und denkt sich so... Leute... Show ist mir egal... Apropos... Show ist mir egal... Rufus mich gar nicht mehr... Klasse... Soviel dazu... Zu Show ist ihm egal... Ich sehe ihn noch... Okay... So... Und... Jetzt sehen wir ihn wieder... Fantastisch... Ähm... Erstmal rufus... Wir unterhalten uns nachher mal... Mit wie viel Geld ich da jetzt einsteigen werde... Ähm... Aber wir lassen jetzt auch mal... Immerhin... Zu Wort kommen... Immerhin... Wo würdest du gerne eine zweite Chance haben? Tatsächlich... Dass ich mir... Früher... Eine Playstation 3... Beziehungsweise 2 hole... Weil ich habe ja sehr lange an Nintendo gehangen... Weil ich gedacht habe... So von wegen... Ja... Auch wenn das da momentan nicht so gut läuft... Irgendwann wird es wieder besser... Irgendwann wird es richtig Highlights geben... Und yeah... Aber irgendwie... Ja... Früher... Früher mit der Playstation... Loslegen... Ich habe ja... Ernsthaft angefangen... Mit der Playstation 1... 2014... Vorher hatte ich damit... Zwar... Ab und an mal Berührung... Ja... Aber ich habe immer gedacht... So von wegen... Playstation... Sony brauche ich nicht... Nintendo ist super... Ja... Ja... Wer weiß... Wie das dann weitergegangen wäre... Also... Mit dem Gaming... Und alles drum und dran... Aber... Vielleicht das... Vielleicht auch... Äh... In... Technische Accessoires... Und alles drum und dran... So... Um... 2013... 2014 herum... Als der Kanal ja tatsächlich... Sein Hoch hatte... Als ich hier ja tatsächlich... Sehr viele Aufrufe hatte... Und... Sehr viele Abonnenten hinzugekriegt hatte... Und so weiter... Und so weiter... Ähm... Wäre ich vielleicht dran geblieben... Du... Wer weiß... Wenn wir... Vielleicht hätten wir jetzt... Hier und heute... Der Chat wäre durchgelaufen... Im Sekundentakt wäre da irgendwas... Reingedonnert und... Ja... Aber... Es ist wie es ist... Also... Vielleicht... Wenn man da überlegt... So diese Sachen... Nochmal so zu korrigieren... Ja... Mhm... Das war schon wieder... Das war Tag des Tages... Feiertag des Tages... So... Um das ganz kurz klarzustellen... Nintendo... Ihr seid immer noch super... Ihr könnt uns ruhig weiterhensponsoren... Der Lord möchte gerne gesponsert werden... Von... Nintendo... Ey... Oh du Mist... Sponsert mir eine Switch... Sponsert mir eine Elgato... Und ich nehm euch Pokémon auf... Und Mario... Elgato ist nicht von Nintendo... Nein... Elgato ist nicht von Nintendo... Da muss der Elgato selber... Ist egal... Da muss der Elgato selber anschauen... Sponsert mir die Elgato... Und ihr sponsert mir... Den Mediamarktgutschein für die Elgato... Ja... Das war Feiertag des Tages... Wow... Dafür haben wir... Fast eine Stunde gebraucht... Ja... Klasse... Theoretisch gesehen... Haben wir eigentlich noch viel viel mehr Themen... Also... Na dann... Haben wir ja auch noch Zeit... Tatsächlich... Wir sind jetzt immer noch... Bei über einer Stunde Zeit... Ist ja krass... Ja... Weil wir eher angefangen haben... Das ist der Vorteil... Machen wir weiter mit... Was war die Woche... Oder wollt ihr erst eines der Themen nehmen... Wir können gerne mal weiter machen... Was war die Woche... Ich hab da auch ganz viel zu erzählen... Also... Du musst einfach zwei Wochen erzählen... Deswegen ja... Na dann... Ruf uns... Ich brauch wirklich... Wir brauchen so einen Schlingel mit dabei... Dass wir einfach... Unsere Themen teilen... Unsere Standardthemen... Dass wir diese einfach... Einblenden... So auf den Button... Einblenden... Genau... Feiertag des Tages... Was war die Woche... Ja... Und ich glaub ich mach folgendes... Ich schicke dir mal ein paar Bilder... Ich mach's wie unser FTT-Bild... Mach ich noch so was... Bei der Woche Feiertag des Tages... Ja... Und dann sehen wir das hier... Beziehungsweise da... Je nachdem aus welcher Sicht man das sieht... Ähm... Damit wir das genau wissen... Okay... Ah... Ja... Die Jungs sind jetzt bei dem Thema... Ja... Und der Rest ist dann Restliches... So... Was so passiert ist... Apropos Restliches... Wir können als erstes Restliches machen... Wir können als erstes Restliches machen... Restliches ist zum Beispiel... Das hab ich euch geschrieben... Momentan gibt's einen neuen Trend... Irgendwie... Ach... Dieses Girls-Math... Genau... Das Boys-Math... Was da eingerichtet ist... Was aber damit komplett nichts zu tun hat... Das ist gut... Das können wir darüber reden... Gut... Ich glaube Rufus hat das öfter mal... Der hatte ja fast letzte Woche einen gehabt... Möchtest du... Nein... Bevor wir anfangen... Möchtest du erstmal unseren Zuschauern erklären... Die, die diesen Trend nicht kennen... Was das für ein Trend ist... Also... Werte Zuschörer und Zuhörer... Wir reden heute über Tiktok-Trends... Und jetzt machen wir als erstes Mal... Die Zim-Challenge... Nein... Spaß... Wir machen jetzt... Boys... Ne... Ghostwelf ist es ja... Genau... Laut Google ist Ghostwelf folgendes... Das ist eine... Rufus hat sich verabschiedet... Rufus hat sich verabschiedet... Rufus hat sich verabschiedet... Rufus hat sich verabschiedet... Hast du ihn rausgeschmissen? Ich hab ihn nicht rausgeschmissen... Ich weiß nicht was Rufus... Warte aber Rufus hat... Internet ist weg... Hat er geschrieben... Das hatten wir schon mal bei dir... Gut... Also Lord... Wir haben jetzt eine neue Show... Wir müssen überlegen wie wir die nennen... Ähm... Die... Äh... Ja... Der arme Rufus... Ja... Das ist... Der wird dann eh sagen... Der hat sowas nicht... Ähm... Also... Girls Math ist... Wenn du Impuls... Rufus macht... Normal weiter... Müsst du warten... Ich versuche zu fixen... Ähm... Gut... Rufus... Der ist ja studierter... Wirtschaftsinformatiker... Der wird ja wohl in der Lage sein... Den Router nicht zu starten... Ähm... Girls Math... Versuch Nummer 3... Ist... Wenn man... Spontankäufe macht... Impulskäufe macht... Und die dann mit irgendeiner Rechnung so... Legitimiert... Wie... Äh... Ich hab das jetzt gebraucht... Das hat auch nur so und so viel gekostet... Und das ist noch mein Budget drin... Etc... Also irgendwie... Du nimmst dir irgendeinen ex-beliebigen... Billigen Kund... Der sagt... Ach guck mal... Ich kann mir das halt kaufen und leisten... Und das ist ja richtig wichtig... Dass ich das kaufe... Hat glaube jeder von uns... Ist ein kompletter Unterschied zu Boys Math... Weil Boys Math ist irgendwie nur ein Trend... Wobei Männer schlecht gemacht werden... Irgendwie... Keine Ahnung... Ähm... Also... Ghost Math... Was sind deine Spontankäufe... Von... Die du gemacht hast... Und von denen du dich abhalten konntest? Tatsächlich... Ähm... Ja... Also tatsächlich... Unter anderem... Habe ich... Amiibo-Figuren... Relativ viele gekauft... Äh... Das war... Das war immer... Ab und an mal so ein Spontankauf... Wobei... Naja... Fast... Fast Spontankauf... Ich könnte die theoretisch auch holen... Die Amiibo-Figuren... Weil wir so viel Zeit haben... Rufus ist nicht da... Der hetzt uns nicht... Also... Ja gut... Dann... Ich hole mal eben welche... Du kannst so lange dann erzählen kurz... Was... Was du gleich erzählen möchtest... Was ich erzählen möchte... Und ich wollte einfach auf den Mund... Ähm... Dann mach mal was... Die allgemeine deutsche Definition... Weil ich keine Ahnung... Ob ich das richtig erklärt habe... Ähm... Weil ich... Wolltest du mal auf die offizielle Definition von Ghost Map vorlesen... Ja... Soll ich uns währenddessen die Amiibo-Figuren zeigen? Ja... Das ist Amiibo-Figur Bowser... Oh, Bowser ist cool... Ich mag Bowser... Dann habe ich Amiibo-Figur Peach... Das ist auch cool... Dann habe ich Amiibo-Figur Yoshi... Yoshi... Yoshi ist Beste... Dann habe ich Amiibo-Figur Goomba... Guckst du überhaupt? Ja... Ich habe... Scheinbar... Ich habe komplett falsch verkauft... Schade... Ähm... Hier haben wir noch Daisy... Hier haben wir Donkey Kong... Donkey... Dann haben wir natürlich... Waluigi... Ah... Der schlechtere von beiden Luigis... Äh... Dann haben wir natürlich... Wario in seinem Smash Bros. Outfit... Weil das als... Als normalen Wario... Habe ich nicht so schön gefunden... Ich habe gedacht so... Boah... Smash Bros. Outfit ist cool... Dann habe ich natürlich Rosalina hier... Dann... Ach... Das wird langsam voll... Habe ich... Äh... Mario als Figur noch... Schlecht... Dann... Habe ich... Äh... Bowser Junior noch als Figur... Oh... Sogar in diesem komischen... Eine Clownskutsche... Ah... So heißt das Ding... Genau... Das Ding heißt Clownskutsche... Ganz offiziell... Dann haben wir natürlich... Luigi noch... Luigi ist eher der Bessere... Von beiden Mario Bros. Ich wäre enttäuscht... Hättest du ihn nicht an... Du hast ja sogar auch... Eine Luigi Shirt an... Ja deswegen ja... Ist ja auch meine Lieblingsfigur... Dann habe ich... Äh... Woll Yoshi... Ok... Rufus hat gesagt... Bin underway... Ja... Alles gut... Währenddessen zeige ich weiter... Figuren... Ich habe Toad... Toad... Dann habe ich noch... Ähm... Ähm... Äh... Cooper... zum Beispiel... Oh... Dann habe ich noch... Die Piranha Pflanze... Die Hand Piranha Pflanze... Genau... Und... Zu guter Letzt... Aktuell... Zumindest... Habe ich noch... Leuchtender Buhu... Der leuchtet tatsächlich... Augenblick... Ich mach mal... Ich mach mal hier Beispiel... Also aktuell... Wie ihn aussieht... Und da... Guck mal an... Leuchtet... Also er leuchtet... Nicht wirklich extrem stark... Aber er leuchtet... Halt wie so ein Buhu halt leuchtet... Und tatsächlich... Äh... Ist das so... Gewesen... Dass ich... Ja... Ab und an... Tatsächlich... Als diese Amiibo Figuren rauskam... Tatsächlich... Einige dieser Amiibo Figuren gekauft habe... Relativ... Spontano... Aber... David... Der Rufus jetzt wahrscheinlich... Vielleicht was sagen... Ja... Seine Kamera... Geht grad noch nicht... Ja... Weil ich... Und wie das... Ich hab's vorher aufgemacht hab... Und den hat sich die Kamera blockiert... So... Das ist der Rufus wieder... Fantastisch... Ja... So... Du darfst jetzt nochmal die Definition dann anders erklären... Wenn du sie anders erklärt gekriegt hast... Jetzt... Welche denn? Nicht... Nicht du... Er... Okay... Ähm... Also ich hatte schon mal doch so ein bisschen recht... Ja... Äh... Eine... Also offiziell girlfriend... The fuzzy and funny knowledge... Used by female digital natives... Who probably boast about not being born or blessed with a math gene... Ähm... Also Frauen die sagen... Ja... Es ist gut dass sie keine Mathe können... Ähm... Die... Nicht sinnvolle Käufe... Warte... Also die halt... Oh... Auf Englisch war das... To recognize... Ähm... While they are getting a pretty good... Far as a time... Their time... Money and convenience... Concern... To those who think... What's different from them... Also am Ende... Es legitimiert... Sinnlose Käufe... Ähm... Mit einem Beispiel... Und einer sagt... Ey guck mal das kostet nur 29 Tacken... Äh... Und wie viel kostet es normalerweise... 89... Guck mal du kannst noch 60 Euro... Äh... Irgendwas anders... Ausgeben... Ja... Ähm... Ähm... Ne... Bei mir geht's eigentlich... Okay... War nur grad die ganze Zeit unten... So... Jetzt sehen wir ihn wieder schön... Ähm... Also das ist wirklich so... Ähm... Beispielsweise... Keine Art und Gruff ist... Möchte ich ein Shirt kaufen... Und das Shirt kostet... Statt 30... 15 Euro... Ey cool... Dann nehme ich vielleicht zwei davon mit... Der zweite Shirt ist ja dann... In dem Fall sinnlos... Und äh... Das ist dann also... Weil... Ich hab dir dann offiziell nichts weiter ausgegeben... Doch... Du hast 15 Euro mehr ausgegeben... Das andere hat 15 Euro günstiger... Das heißt... Du hättest 15 Euro sparen können... Hast du es aber nicht gemacht... Also... So sieht's aus... Legitimieren am Ende nichts weiter als sinnloser... Ja... Gut... Das ist... So... Jetzt hab ich mein... 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 Mein Kaufraum mal erzählt... Du musst noch sagen... Was du nicht gemacht hast... Als sinnlosen spontanen Kauf... Nicht sinnlosen spontanen Kauf... Also wo du abgehalten wurdest... Oder dich selbst abgehalten hast... Nichts... Weil was ich nicht gekauft habe... Obwohl ich es eigentlich kaufen wollte... Ähm... Obwohl du gedacht hast... Ey komm... Du hast jetzt für das andere weniger Geld ausgegeben... Äh... Oder komm... Das ist ja auch noch drin... Also wo du dran vorbeigegangen bist... Hast du gerade gesagt... Ey komm... Nimmst du mit... Weil... Klappt... Und zwar... Das hab ich mal... Auch öfter schon in Gameplays gesagt... Es gab mal bei... Es gibt immer mal wieder ab und an... Bei Mediamarkt und Saturn... Ja diese Aktion... Kauf 3 zahl 2, ne? Ja... Da war ich drauf... So... Problem ist das... Ich hatte tatsächlich nur 2 Spiele... Und dachte so von wegen... Okay... Was machst du denn jetzt? Dann hab ich mir irgendein Spiel ausgesucht... Weißt du... Wo man sich so denkt... So... Dann nehmen wir halt das... So... Das... 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 Genau das Spiel war... Was ich mir sozusagen... Extra geholt habe... Damit ich die 3 Spiele zusammen habe... Ja... Das heißt auch... Du hast dir das Spiel geholt... Obwohl es eigentlich sinnlos war... Weil du auf den gleichen Preis gekommen bist... Ja... So wie sieht's bei euch aus? Damit dein Internet... Weiter auch hoffentlich stabil ist... Mach du mal weiter... Mit was? Also ich... Goldsmack! Aber was hast du geredet? Wann hast du es mal... Das letzte Mal was eingekauft... Weil du irgendwas anderes günstiger bekommen hast... Oder du gesagt hast... Ey komm... Das ist noch drinnen... Obwohl du es gar nicht gebraucht hättest... Keine Ahnung... Eigentlich gar nicht... Und dann habe ich es gebraucht... Und wann wolltest du es jetzt mal drinnen... Obwohl du gesagt hast... Ey komm... Das hättest du gerne... Obwohl du es nicht brauchst... Und... Achso... Neues Auto... Neues Auto! Das ist aber heftig! Mhm... Mhm... Also ein anderes Auto... Okay... Ja... Erzähl Rufus... Wie kam es dazu? Ja das... Das möchte ich jetzt auch wissen... Naja... Ich war im Räderwechsel letztes Jahr um die Zeit... Ja... Und dann habe ich so ein richtig schön... Neueres Modell von meinem Auto... Gesehen... Also ein richtig... Geiles Teil... In weiß... Und auch wenige Kilometer drauf... Habe ich mir gedacht... Boah... Übst du nice Alter... Kannst du vielleicht mal eine Probefahrt machen... Oder mal Interesse zeigen... Preis war auch... Okay... Irgendso... Ähm... Ja... Da habe ich Marie davon erzählt... Sie war natürlich überhaupt nicht begeistert... Weil wir gerade frisch... Zusammengezogen sind... Letztes Jahr... So... Und... Ja... Da habe ich es dann lieber gelassen... Übrigens... Nächstes Jahr... Wir müssen uns... Ähm... Wir müssen uns ein bisschen was... Überlegen... Es könnte... Durchaus sein... Also... Es steht noch nichts fest... Das wird in den nächsten zwei Wochen feststehen... Ja... Ähm... Bezüglich deiner Ankunft hier... Ja... Ende... Februar... Ja... Ne... Ende Januar... Ja... So irgendwie da um die Ecke... Ähm... Wie und ob das überhaupt funktioniert... Weil... Es könnte durchaus sein... Dass... Wir genau in diesem Zeitraum... Ähm... Eine andere Wohnung haben... Aber... Es steht halt erst in den nächsten zwei Wochen fest... Ja... So... Und das heißt... Umzug... Und das Wochenende wäre... Kein Fußball drin... Ein Umzugshelfer... So... Und auch... Und auch... Äh... Keine Schlafmöglichkeit für irgendwelche Gäste... Das ist halt schwierig... Ja... Dann ist das halt so... Dann ist das halt nächstes Jahr... Dann hast du aber deine ganzen Planungen... Die du mit mir geplant hast... Von wegen großer Show... Ja... Und hast du dich gesehen... Ja... Ja... Aber es steht halt noch nichts fest... So... Nächstes Jahr geht halt erst wenn... Äh... Wenn beide aufsteigen... Weil wir wissen ja... Einer steigt auf jeden Fall auf... Und... Dann muss der andere jetzt... Muss jetzt auch mal ein bisschen hinterher ziehen... Weiß nicht was er mal hat... Du auch nicht... Ah ja... Nein... So... Ähm... Ich muss hier mit allen reden... Weißt du... Das ist... Äh... Ja... Naja... Ähm... Was ist... Was ist denn beim Lord? Lord... Ich hab ja nie irgendwie... Unnötige Spontankäufe... Oder so... Nein... 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 Ähm... Ich hab der letzte... Unnötige Spontankauf... Weil... Hätte ich eigentlich nicht gebraucht... Wollte ich aber trotzdem haben... Und... Warum nicht... Weil... Ich hätte ja auch zwei kaufen können... Und... Das wäre ja dann noch teurer gewesen... Deswegen komme ich aber mit allen wieder günstiger weg... Auch... Äh... War ein Buch... Was da steht... Und... Ja... Möchtest du uns das zeigen? Ja... Ich glaube das war... Das... Was ich... Das hier glaube... Das war glaube ich... Der letzte... Oder? Ne... Da kam... Danach kam noch ein... Unnötiger Spontankäufe... Unnötiger Spontankäufe... Weil die komischerweise... So eine... Schokolade haben... Das war halt so... Ja... Kostet nicht so... Kriegst du im Laden nicht... Und eigentlich bräuchte ich es nicht... Aber... Wups... Da ist sie ja schon im Einkaufskorb... Ach... Da kann ich es auch nicht rausnehmen... Und dann haben die... Bei denen immer so komische Schokokugeln... Die kannst du selbst in so... Also abfüllen... Was du haben möchtest... Die haben ein wechselndes Sortiment... Ähm... Und dann war ich auch vor kurzem... Und dann dachte ich so... Ach... Guck mal... I will scream... Wups... Da sind jetzt drei Dinge... Oh nein... Ach... Du Scheiße... Was passiert hier nur? Dann hatte ich halt so ein kleines... Welche von diesen komischen Linderkugeln... Ähm... Das... Und... Viele, viele andere Sachen... Ich glaube ich... Ein Großteil meiner DVDs... Und... Äh... Spiele... Und Bücher... Besteht aus... Girls Math Käufen... Weil... Man kann ja mal... Allein wo ich... Äh... Dieses Jahr in Letztich war... War ich ja auch... In der einen... Handlung... Und hab mir zwei Bücher gekauft... Weil... Ach guck mal... Das gefällt dir auch... Aber du wirst eigentlich... Du hast heute schon so viel Geld ausgegeben... Aber an sich... Hast ja auch noch extra was mit... Genommen an Geld... Was du ja auch zum Ausgeben... Mitgenommen hast... Wo ich mir denke... Ja... Ich hab auch immer mit Karte bezahlt... Ja... Aber das ist ja auch so eine Geschichte... Weißt du... Das ist ja auch bei Girls Math... Das hat mir bei... So von wegen... Das ist ja kein echtes Geld... Das ist ja nur virtuelles Geld... Ja... Also deswegen... Ich hatte halt extra... Für Leipzig... Hätte ich mir da wirklich... Eine Grenze gesetzt... Bei 70 Tacken oder so... Hier hatte ich bar mit... Und ich wollte alles... Bar bezahlen... Ich kam am Ende mit... Ich glaube... 50 Tacken zurück... Und der Rest ging von der Karte ab... Doof gelaufen... Würde ich sagen... Ja... Und... Der letzte Kauf... Wo ich... Dankenswerterweise... Muss ich wirklich sagen... Dankenswerterweise... Davon abgehalten worden bin... War... Die Switch... Im... Mediamarkt... Beide... Die ist nächsten Monat eh im Angebot... Und... Dann kann ich da noch ein bisschen drauf sparen... Die Farben bezahlt da wieder ein bisschen mehr... Und dann... Komme ich das Ding weitaus günstiger... Als ich's gehabt... Holen könnte... Können für... Was ich... Sonst geholt hätte... Aber es war knapp... Es wurde sehr viel... Wöhenskraft... Nicht meine Wöhenskraft... Weil ich wollte mir eine Switch kaufen... Ähm... Gutes Zureden benötigt... Dass ich mir keine Switch... Und 120 Euro... Oder 200 doch was Euro... An Spielen ausgebe... Ich will sie... Ach du... Nicht gemacht... Ich will sie... Warum hast du's denn... Immer noch nicht gekauft... Weil ich nicht für 288... Eine Switch kaufe... Wenn... A... Wir kurz vor Black Friday stehen... B... Dieses Jahr doch... Ein paar 100 Euro Ausgabe habe... Dazu mehr... Wenn sie dann nachher... Oder nächste Woche spätestens... Und... C... Ich... Einen Red bekomme... Und meine Firma am Ende... Nächsten Monat... Das den Komplett Solo bezahlen könnte... Wahrscheinlich... Und ich also keinen Verlust habe... Auf dem Bankkonto... Also... Und... Beim Prime Days... Ich hätte mir halt... Im Prime Days... Hätte ich mir sogar... Ein Monat Prime geholt... Aber da war kein Switch-Angebot... Kann ich nichts dagegen tun... Dafür tun... Also... Da warte ich bis... Black Friday... Oder Singles Day... Oder Cyber... Cyber Monday Week... Und... Kaufe dann eine... Für... Vermutlich... Wie viel... Die denn kosten... Vielleicht... 180 Euro... 150... Mit ein bisschen Glück... Je nachdem... Wie stark reduziert... Bedingt durch die Tatsache... Dass die Switch 2... Anfang nächsten Jahres rauskommt... Und die wahrscheinlich eh nochmal... Dann automatisch... So ein bisschen günstiger werden... Und dann hole ich mir dann halt die... Wenn die dann eh hoffentlich... Im Angebot ist... Sein wird... Gehe ich mal stark davon aus... Und... Kauf dann halt... Das was ich... So jetzt für die Switch ausgebe... Steck ich dann noch in Spiele rein... Und kauf mir halt gleich... Drei, vier Spiele... Ja... Und halt die Elgato... Und... Hast du halt immer noch nicht gemacht... Ja... Aber das kommt ja... Es ist ja Black Friday bald... Also ganz ernsthaft... Nächsten Monat ist... So viel... Geldausgebezeit... Mhm... Da hast du die Single Stays... Ich glaube am 11... Elfter... Elfter müssen die Single Stays sein... Ja... Ähm... Dann... Die Woche vom... 20. Bis 27. Ist die Black Week... Mit Black Friday am 24. Danach... Am... 27. Ist Cyber Monday... Mit der Cyber Week... Bis Anfang Dezember... Ey... Ganz ernsthaft... Alleine... Das sind glaube ich... Elf Tage... Von 30 Tagen... Plus wahrscheinlich... Dazwischen auch nochmal... Singles... Day... Oder wahrscheinlich auch... Eine Singles Week werden... Das heißt... Du hast... 15 Tage... Von 30 Tagen... Die mit Angeboten sind... Plus die Wochenenden... Dazu gezählt... Da kommst du auf Gefühl... 20 Tage... Angebote von 30 Tagen... Ja... Das heißt... Innerhalb der Zeit... Würde ich das schon irgendwann mal... Günstig abgreifen können... Ja... Das ist dann... Und dann geht's richtig ab... Dann wird's teuer... Dann wird das Konto leergeräumt... Das Konto... Deswegen bin ich froh... Dass ich dann nächsten Monat... Weihnachtsgeld bekomme... Also das ist komplett verplant... Das Zeug... Das ist... Da wird nicht viel gespart... Aber ja... Deswegen... Frontankäufe... Sehnlose... Spontankäufe... Die mit... GirlsMath... In Richtung... Ich könnte mir auch 50 kaufen... Kaufe ich nicht... Deswegen spare ich Geld... Deswegen kaufe ich mir... Zur Belohnung... Weil ich mir keine 50 kaufe... Nur 20... Das ist... Zu oft der Fall... Abhalten... Nur wenn ich eine Person habe... Die willensstärker ist... Als ich... Sehr viel willensstärker ist... Jede Person... Das stimmt so nicht... Was Essen angeht... Bin ich die willensstärkste Person... Weil ich esse gerne und viel... Und dann... Stellt sich mir keiner in den Weg... Hm... Tja... Ich habe nur die falschen Prioritäten... Aber gut... Ähm... Wir waren doch bei... Was war die Woche? Nein... Wir waren bei... GirlsMath... Genau... Wir waren bei... Restliches... Der FTT-Show... Genau... Restliches... Der FTT-Show... Hier kommen die Themen... Die wir eventuell eigentlich geplant haben... Und dann mal gucken... Ob wir sie schaffen... Genau... Und das ist das dann... Was du dann darunter schreibst... So von wegen Themen... Die eigentlich noch in die Show hätten können... Aber sie nicht sind... Irgendwie... Warte... Ich schreibe das wirklich mal auf... Ähm... Letztlich ist der FTT-Show... Die wir geplant haben... Aber die wir irgendwie nicht geschafft haben... Also... Sorry... Vielleicht... Vielleicht irgendwann nächste Woche... Whatever... Mal gucken... Wo wir beim nächsten Wochen sind... Ja... Genau... Wo wir beim nächsten Wochen sind... Wir waren ja... Ihr habt ja letzte Woche ja einige Geschichten noch gehabt... Zum Beispiel Amazon Prime Day... Oh ja... Irgendwann... Was... Wir sind ja auch grad wieder bei Black Friday gewesen... Hast du dir was für ein Prime Day gekauft? Nein... Hast du vor dir was für ein Black Friday zu kaufen? Nein... Bist du dir sicher? Ja... Soll nicht vorbeikommen... Und wir reden mal drüber... Ne... Ich hab tatsächlich irgendwie nicht geplant... Irgendwas zu holen... Ich hab eigentlich alles... Und... Äh... Mal auf die Gefahr hin... Dass es heißt... So von wegen... Ja... Aber das kriegst du zu Weihnachten... Ist auch ein bisschen blöd... Das... Deswegen... Tipp von mir... Ja... Bei meiner Familie ist es so... Ähm... Wir fragen einfach... Was wünschst du dir? Ja... Weihnachten, Geburtstag, etc... Ähm... Und dann besorgt wir das... Dann sprechen wir uns ab... Okay... Ich besorg das... Ich besorg das... Das ist zu teuer... Das nehmen wir zu zweit... Oder wo jetzt einer sagt... Hier... Das kostet relativ viel... Legt einfach zusammen, wenn ihr wollt... Und schenkt mir das zusammen... Das reicht... Dann hast du nicht dieses Problem... Dass du nicht weißt, was du bekommst... Weil du weißt, was du bekommst... Und dann musst du dir nicht die Sorgen machen... Weil wenn du dir jetzt sagst... Du wünschst dir... Keine Ahnung... Pokémon Purpur... So... Und... Keine Ahnung... Jemand... Findet... Ah... Guck mal... Da wollte doch Pokémon... Eine Farbe... Für die Switch... Äh... Was war's denn? Karmesin-Klaube... Da steht... Gibt's doch Karmesin... Dann kauf mal den mal... Das ist ja eh das gleiche... Äh... Da kam jetzt ein alter Opa aus mir raus... Ja... Und dann freust du dich so... Ah... Ein Switch-Spiel... Und er so... Ich wollt doch Purpur... Und nicht Karmesin... Und dann weißt du... Okay... Oder... Du lässt halt das Geld schenken... Ich besorge mir selber... Und... Ihr gebt einfach das... Also nicht die Probleme mit... Ähm... Nicht kaufen... Weil eventuell später bekommen... Ja... Aber praktisch gesehen... Habe ich immer das Problem... Ich weiß selber nicht was ich mir wünsche... Und dann... Ähm... Die ich ja auch schon öfter auf der Witch-List... Schon länger auf der Witch-List habe... Das ist ja dann... Das ist ja dann... Ein valider Kauf... Ganz... Ganz klar... Der ist dann... Solange der mindestens zwei Tage vorher geplant worden ist... Ist das ein valider Kauf... Gut... Und selbst wenn an dem gleichen Tag noch geplant ist... Ist das noch ein valider Kauf... Ja... Ne... Dann hab ich das ja tatsächlich schon ganz schön lange geplant... Ich hab das irgendwann... Ich glaub einfach... Äh... Ungefähr um mein Geburtstag herum... Hab ich gedacht so von wegen... Joa... Wenn da irgendwann mal so eine Aktion kommt... Dann kann ich ja mir immer... Das kaufen... Und das kaufen... Und das kaufen... Aber solange die Aktion nicht kommt... Kaufe ich's mir nicht... Weil ich hab ja aus meinem Fehler vom letzten Mal gelernt... Ne... Ja... Das ist wichtig... Fehler lernt man... So... Man macht's wie ich... Ja... So lange bis sie... Äh... Akzeptiert werden... So... Aber jetzt zu euch in der Hinsicht... Habt ihr jetzt was gekauft... Habt ihr noch zugeschlagen Rufus... Du warst ja... Ja... Nein... Hast du nicht... Also hast du nicht das Mikrofon gekauft... Was du schon in deinem Warenkorb hattest... Hab's vergessen... Echt? Hab's... Und... Dann hast du's vergessen? Ja... Ich hab's vergessen... Hanna... 10 Euro gekostet... Nur... Und dann lohnt sich aber kein... Kein Monat Prime für... Ich spare ich ja nix... Okay... Aber... Wie gesagt... Nächsten Monat... Also... Die Warte... Jetzt muss ich überlegen... Ähm... Black Friday... 24... 26... Am 28.11. Die Große... Black Friday... After... Week... Week... So... Werden wir drüber reden... Was wir uns gekauft haben... Und ich werde wahrscheinlich... Zweieinhalb Stunden sagen... Ich hab das gekauft... Ich hab das gekauft... Ich hab noch Kredit aufgenommen... Ich hab meine dritte Leber verkauft... Ach... Gucke mal... Ich hab noch schnell... Äh... Meine drei Kinder sind jetzt auch bei anderen Familien in Afrika... Ähm... Und der eine heißt Osama... Aber... Ne... Der heißt nicht Osama... Obama heißt er... Ah... Ja... Ich bin der Vater von... Obama... Achso... Das war ein Geständnis... Er heißt Obama Barack... Aber... Ah... Ja... So... Welche Themen haben es noch in dieser Show nicht geschafft? Ähm... Letzte Woche hatten wir... Ich glaube sogar alle durch... Ja... Guck mal... Kaum, wenn ich nicht da... Funktioniert es, ne... Naja... Wir hatten letzte Woche nicht so viele Themen... Wir hatten die ganzen politischen Themen... Die wir nehmen wollten... Ja... Nicht hatten... Und wir hatten halt zwei politische Themen... Die wir auch diesmal wieder drin haben... Ähm... Im Thema... Sachen die sie... Die nichts ist... Nicht in die Show geschafft haben... Warte... Warte... Ich hab dir den Text extra aufgeschrieben... Ja... Ähm... Themen, die wir geplant hatten zu besprechen... Aber nicht besprochen haben... Weil wir entweder keine Zeit oder irgendwas anderes nicht hatten... Die wir vielleicht mal nächste Woche besprechen... Vermutlich aber nicht... Mal schauen... Genau... Da sind wir gerade... Und ich bin wirklich der Meinung... Wir sollten... Für jedes Themengebiet, was wir haben... Wirklich so ein... So ein Intro haben... Jetzt kommt... Und dann einer, der das wirklich ganz schnell runterrasselt... Mal schauen... Mal schauen... Mal schauen... Ach... Der Rest... Ähm... Hamas... Ja, die heißen Hamas... Aber die haben halt irgendwie so einen extrem langen Namen... Weil Hamas wird halt nur so ein Akronym... Das... Irgendwie... Äh... Stolze Befreier Israels für Palästina oder so... Ähm... Sind im Krieg mit Israel... Im Gaza-Streifen... Weil die Israel von Israel befreien wollen... Und deswegen ein israelisches Palästina... Schaffen wollen... So auf jeden Fall... Äh... Die Kurzsuche bei Google... Wo man sich wieder denkt... Gucken wir mal... Wir haben den nächsten Krieg... Russland ist aber noch dabei... Gegen Ukraine zu verlieren... Ähm... Da unten sieht das wieder ein bisschen anders aus... Nur... Na da ist gerade wieder ganz ganz... Ganz stark Geisernahme... Ganz 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 stark... Äh... Öffentliche Hinrichtungen... Ganz 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 stark... Äh... Videos... Von Menschen... Die als Geise genommen worden sind... Die öffentlich hingerichtet worden sind... Mit allem drum und dran... Wo du auch denkst... Ja... Wir sind nicht andersweise... Also ganz ernsthaft... Manchmal fragt man sich wirklich... Im welchen Jahrhundert die Menschen noch leben... Weil was da unten abgeht ist halt... Nicht 21. Jahrhundert... Das ist... Äh... Mit der Alter... Hm... Und dann fragt man sich wieder... Ganz klar auch... Ähm... Wie intelligent die Menschen sind... Denn... Wie... Peter Capaldi... Als der Doktor mal sagte... Das einzige... Was man schon immer hätte machen sollen... Ähm... Ist sich einfach mal an den Tisch setzen... Und... Reden... In seiner wunderschönen Ansprache... Ein... Zigur-Inversion... Oder diese... Ja... Also mit Terroristen kannst du eigentlich nicht mehr reden... Sorry... Aber die sind geisteskrank... Mit denen kannst du nicht reden... Ganz ehrlich... Du musst einfach mal... Guck dir mal an... In welchen Verhältnissen die leben... Und... Ja... Das Problem... Sorry... Aber das ist einfach nur Dummheit pur... Ja... Es ist Dummheit... Ich meine... Da bin ich bei dir... Es ist absolut die Dummheit... Im Allgemeinen... Jemanden... Jemanden anzugreifen... Jemanden Krieg zu erklären... Egal wie viele Menschen sterben... Es wird nichts ändern... Das Einzige... Was dafür sorgt ist... Dass dein Leben damit verwirkt ist... Weil... Du wirst dann nicht mehr... In der Lage sein... Einen fernen Gerichtsprozess zu haben... Wenn du Menschen... Vor... Auf einer Kamera umbringst... Um deinen Standpunkt... Zu... Festigen... Du bist dann die Person... Die in einer Navy Seals-Operation... Nachts... 13 Kugeln... In den Kopf bekommt... Wollen wir ein Zeitlimit für diese... Für... Die Geschichten... Die eigentlich das nicht in die Show geschafft haben... Einfach mal so... Just for fun... Weil sie eigentlich ja nicht in die Show gehörten... Weißt du... Ich würde auch gerne... Wir können natürlich auch gerne weiter darüber diskutieren... Aber sie hat ja nicht geschafft hier rein... Ja... Na gut... Wir hatten halt einen Besucher... Der kein Politik-Thema mag... Ja... Also von daher... Kurz knapp gesagt... Ich denke mal... Das wird sich auch jetzt erstmal ein paar Monate ziehen... Und dann gucken wir mal... In welche Richtung das geht... Ich kann jetzt schon sagen... In welche Richtung das geht... Sehr, sehr viele Tote... Sehr, sehr viel Leid... Und am Ende nichts gebracht... Gut... Nächstes Thema... Ist gut... Okay... Wie gesagt... Wir müssen ja hier... Fast & Furious mäßig da... Durchtrasen... Einen machen wir... Fast & Furious Richtung... Weltuntergang... Warum Weltuntergang? Äh... Doch... Ich guck auf die Uhr... Wir machen 5 Minuten höchstens... Äh... Das ist... Also... Im schlimmsten Fall haben wir keine 5 Minuten mehr... Kennen... Ähm... Italien... Wir alle kennen den großen... Supervulkan in Italien... Ja... Ähm... Wir alle wissen... Letzte Woche ist schon ein Vulkan in Italien ausgebrochen... Wegen Erdbeben... Und... Ähm... Die Art in Italien wackelt weiter... Wie ein dicker Mann der läuft... Hm... Da hat der Rufus ja einen lustigen Witz gemacht... Ne... heute... Hm... Ach ja... Ja... Also... Möchten wir einer von euch beiden diesen Witz vortragen... Damit auch alle anderen diesen Witz hören... Erzähl du... Das ist... Kommt aus deiner... Ja... Was? Nein... Warum? Nein... Nein... Warum? Niemand kennt das ja... Headshaming... Jesus... Also... Gut... Kurze Rede der gar keinen Sinn... Am Wochenende waren wieder Erdbeben... Mittlerweile auch gestern waren wieder mehrere Erdbeben... Verschiedener Stärke... Ich glaube... Gestern waren mehrfach 1,9... Am Wochenende 3,6... Ähm... Ich hatte vorhin irgendwas gelesen... Dass die jetzt in irgendeiner Zone sind... In der Prä-Hetetet-Zone... Ähm... Ich guck nochmal ganz kurz Italien... Äh... Das ist es nicht... In der... In der... In den... In den filigrarischen Feldern von Neapel... Bebt ständig die Erde... Ja... Weil... Das ist schwierig aktuell gerade... Weil wenn das Ding ausbricht... Ist es... Nicht so schlimm wie wenn der Yellowstone ausbrechen würde... Aber schon... Oh... Nicht beschissen... Ja... Und aktuell zeigt der Vulkan halt... Wieder mehr Aktivität... Die sind eh schon der Meinung... Okay... Das Ding ist so überfällig wie... Keine Ahnung... Ein Pickel der eigentlich schon weiß ist... Ich wollte jetzt einen Schwangeren-Witz bringen... Kannst du auch bringen... Ich dachte ich mach mal was Besseres... Aber kannst du auch bringen... Erzähl... Also... Der Vulkan-Ausbruch ist so überfällig... Wie die Periode einer Schwangeren... Die nicht weiß dass sie schwanger ist... Nach 4 Monaten... Das ist sehr überfällig... Irreversibel überfällig... Sagt man mal so... Ähm... Und damit haben wir halt das Problem... Dass... Die sich eventuell bald zu einer Mittelsperren bis großen Katastrophe kommen könnte... Die eventuell Mittelsperre oder große Teile Europas... Erstmal lahmlegt... Vielleicht auch noch ein bisschen schlimmer... Und uns erstmal... Ja... Nicht gesagt... Hart... Fickt... Ja... Aber Vulkan-Ausbrüche... Haben wir ja in Europa... In letzter Zeit ja eher weniger gehabt... Ähm... Die waren ja dann glaube ich eher woanders... Ne... Ich hatte irgendwas... Irgendwas habe ich im Hinterkopf... Das doch auch... Ich glaube sogar in Spanien glaube ich da irgendwas war... Wo dann doch diverse Städte... Irgendwie einge... Ne... Das war... Das war... Äh... Pompeji... Damals in... Nein... Das war erst vor einigen Jahren... Irgendwo war das... Da war das sogar so... Das hat man im Fernsehen gesehen... Da sind sogar Häuser dann in Flammen aufgegangen... Weil der Vulkan halt ausgebrochen ist... Warte mal... Ich weiß gar nicht... Ich finde es lustig... Dass bei dir gerade so ein kleiner Lacher drin war... Da sind sogar Häuser... Ich denke so... Was für eine Scheiße... Aber eigentlich ist es irgendwie schon lustig... Also... Es ist echt traurig... Aber irgendwie auch schon lustig... Ähm... Vulkanausbruch... Wie gesagt... Irgendwas... Irgendwas... Aktuell ist halt... Also letzte Woche halt wirklich einer in Spanien... Nicht in Spanien... Sondern Italien durch hat das Erdbeben... Ja... Wo die alle getüchtet sind mittlerweile so... Äh... Wie gesagt... Nähe des Supervulkans... Ich hab's... La Palma... In La Palma... 285 Tage... Da hat ja der Vulkanausbruch gedauert... Und das ganze Dorf ist runtergegangen... Ja gut... Das ist halt... Das wird beim Vulkanausbruch... Des öfteren mal... Genau... 85 Tage hat der Vulkanausbruch gedauert... Auf den Kanarieninseln... Und die Insel ist... Äh... Also besser gesagt... Das Dorf ist komplett... Niedergebrannt... Also... Doch Europa... Ich hatte ja irgendwie... Irgendwie... In der Osten... Oder so... Vulkanausbruch mäßig... Aber... Dabei müssen wir sagen... Ich glaube gar nicht so viele Vulkane... Also ich glaube die meisten Vulkane sind jetzt auch unterirdisch... Statt bei diesem Feuerring irgendwo in... Äh... Bei den Philippinen... Ich würde... Überschlagen nämlich... Wenn die falsch liegen... Aber ich denke da ist... Meine Kamera ist schon schaff... Ja... So... Jetzt bin ich wieder schaff... Gut... Gefickt... Aber weltweit... Ähm... Ansonsten haben wir glaube ich nicht so viel... Und trotzdem haben wir in... In direkter Nachbarschaft... Gerade so eine mittelschwere Katastrophe... Die sich langsam... Aber sicher zu... Entweder es passiert was... Oder es dem beruhigt sich... Aber aktuell... Es passiert was... Genau... So sieht es aktuell aus... Gut... Fantastisch... So... Und damit... Damit zum nächsten Thema... Wie gesagt... Wir machen ja hier flott... Das ist ja einfach so... Wir müssen ja hier... Themen nur anschneiden... Die haben wir ja nie wirklich diskutiert... Ähm... Nächstes Thema... Das hatte... Hatte mir eigentlich so ein bisschen... Unter den Fingernägel gebrannt... Deine Kamera ist bei mir weg... Okay... Ähm... Ich... Ich hab halt Glück... Ja... Macht nix... Ähm... Die... Werbeversprechen... Äh... Oder besser gesagt... Die Wahlversprechen in Bayern... Ach... Die Wahlversprechen... Das hatten wir eigentlich... Vor der Bayernwahl... Wollen wir das noch diskutieren... Warte... Warte mal... Nein... Das waren nicht die Wahlversprechen in Bayern... Wir wollten einmal... Die Wahl in Bayern besprechen... Und wir wollten einmal... Bedingt euch die Tatsache... Dass er aktuell... So wieder Richtung Wahl geht... Oder halt Richtung Wahlperiode... Äh... Wahlwerbung... Etc... Rufus... Hast du diese kleine... Durchgeschichtene Kamera unten... Wenn ja... Musst du einmal auf diese... Klicken... Ja... Er hat... Pixel 3 bei mir... Schon wieder Pixel 3... Ja... Auch kein Problem... Machen wir... Das haben wir ja... Hatte ich eben bei Rufus auch ein paar Mal... Rufus... Sahan... Hallo... Du sollst einsagen... Nicht Hallo sagen... Ob das jetzt für dich besser ist... Ja... So... Also... Timer läuft... Wahl... Ähm... Oder besser gesagt... Äh... Programm... Bayern... Also... Wieder zu erwarten... AfD relativ stark... Jetzt kommen sie wieder alle mit... Äh... Wir können kein Recht... Äh... Wir hätten das erwartet... Das sind nur die Dumme... Die das da machen... Früher auch dachte... Ja genau... Nur dumme Menschen werden auf die... Schon mal nachgedacht... Dass alle anderen... Parteien einfach nur ab und die Flügen... Scheiße sind... Und die dann gerade in der Regierung sitzen... Alles tun für Konzerne... Und nicht für die Menschheit... Auf jeden Fall nicht fürs eigene Volk... Und die Einzigen die... Anders behaupten... Sind die Reichen... Die eh keine Steuern zahlen müssen... Die es eh gut geht... Die eh... Nicht... Keine Ahnung... Marschen... Ich... Ich wundere das Wahlergebnis gar nicht... Und das wird bei der nächsten Bundestagswahl... Genauso sein... Dass die AfD relativ stark ist... Und dass die... Die Wahlerversprechen sind eh ab und tief scheiße... Davon mal abgesehen... Aber... Das ist halt... Ungut mit den... Mit der aktuellen Situation... Da haben wir jetzt exakt das Gegenteil... Ja aber das Ding ist ja... Aber das Ding... Das Problem ist ja bei der Geschichte... Wenn du in der Opposition bist... Kannst du ja erzählen was du willst... Du kannst erzählen was du willst... Und im Endeffekt die AfD... Davon abgesehen... Da arbeitet niemand mit denen... So und das Ding ist einfach das... Du kannst einfach eiskalt so durchziehen... Bis sie irgendwann die absolute Mehrheit haben... Dann... Dann... Wird erst wahr... Oder... Wahr werden... Dass das alles Lügen sind... Was die da erzählen... Beziehungsweise... Dass das alles keine Hand und Fuß hat... Aber erst dann... Wird das erst erkannt... Vorher... Ne... Ist... So arbeiten... Ja... Wie diese drei... Äh... Diese drei Affen... Ja... Die man immer so als Emoji wählt... Die aber komplett falsch waren... Das sind Strafen für die Menschheit... Aus einer alten Mythe... Mit diesem... Sehnen hören... Und nichts reden... Weil das bedeutet wirklich... Der Fluch der... Der Sturm... Der Fluch der Blinden... Und der Fluch der Tauben... Äh... Und Tauben meine ich nicht das... Was bei Rufus vor dem Fenster spawnt... Jetzt ist Jans Kamera bei mir... Weg... So... Da... Jetzt sie wieder da... Also... Ähm... Ansonsten... Ich find's lustig... Weil... FDT ist erstes Mal im Bundestag... In der... Diesmal wirklich in der Ampelkoalition... Und... FDT? Warum sind wir da in der Ampelkoalition? Äh... FDP... Nicht FDP... Wir müssten als Partei rein... Ich glaub mir... Wir wären richtig gut... Äh... Diktatur machen in Deutschland... Aber wir wären gute Diktatoren... Ähm... Aber die FDP ist... Ähm... Was ist denn? In der Ampelkoalition... Und... In jedem... In jeder Wahl... Wo die grad sind... Kacken die komplett ab... Weil die einfach so akkuratisch scheiße sind... Die fliegen aus jeden Landtagen raus... Und das noch nicht so ganz für Wahlen sind... Wo du dir überdenkst... Ja Partei... Ja... Äh... Lindler... Der nichts weiter macht... Außer irgendwie... Hugo Boss Plakate... Und... Äh... Vorlagen für andere Parteien... Dass die da Plakate rumbrachen... Wo ein Lindner da steht... Am Handy... In Schwarz-Weiß... Und drunter steht nur... Beim Tinder ein Gutausschauen... Ja... Auslander... Also... Ja... Kriegt euren Arsch zusammen... Und... Macht was ordentliches... Und denkt mal daran... Dass... Nicht ansatzweise... Jeder deutsche 3000 Netto hat... Wie ihr damals... Und alle behaupten... Weil... Die meisten hängen beim Wungerslohn... Beim Mindestlohn... Und damit kannst du nicht leben... Deswegen... Hört Menschen aktuell... Arbeit auf... Weil... Bürgergeldlohn da ist... Also... Kriegt mal euren Arsch zusammen... Kommt mal in der Realität an... Und... Macht mal was... Ist jetzt nicht so schwierig... Ihr habt die Macht... Ihr könnt nicht sagen... Ihr könnt nichts tun... Doch... Könnt ihr... Ihr seid die Einzigen... Die irgendwas tun können... Und sonst hat er nämlich... Das genau das gleiche Ergebnis... Was aktuell in Bayern ist... Und in Hessen... Und sonst wo... Überall gerade Bundestagsfall ist... Mittelfinger gegen die Altparteien... Alle Parteien rutschen runter... Die AfD steckt an... Und... Ich weiß jetzt nicht... Ob man das möchte... Sagen ja... Manche sagen nein... Ich sag quasi nicht... Brauche ich nicht... Aber ich brauche halt eine kompetente Regierung... Und die habe ich aktuell nicht... Ihr noch irgendwas dazu zu sagen... Nö... Äh... Nö... So... Ihr geht wählen aber... Ja natürlich... Gut... Übrigens auch... Geht wählen... Ja... Nutzt eure Stunde... Auch wenn ihr eine kleine Partei wählt... Beispielsweise die... Tierschutzpartei... Selbst die... Hallo... Keine Werbung... Oder die Humanisten... Gruß geht raus... Carsten... Carsten... Naja... Die Humanisten... Die Violetten, Alter... Wo das Wahlergebnis kam... Und es kam exakt eine Stimme in dem Kreis... Und wir wussten exakt... Das war Carsten... Ja... Ne... Ähm... Auch... Ohne Scheiß... Geht auf kleine Parteien... Weil... Und das ist das Interessante... Wenn wir mal die ganzen... Großen etablierten Parteien... Die langsam mal auf dem Aussterben sind... Weil ihr... Durchschnittsalter 60 Jahre ist... Und die nur noch mit Letztwählern zu tun haben... Und sich jetzt so lange nicht um die Letztwählern... Ohne Mist... Ist doch so... Ja... Der Teuflück von Grußwählern ist über 60... Ja... Ich hab meine... Rufus Mach... Ne... Red das nur zu Ende... Das sind Menschen die ja wirklich zum letzten Mal wählen... Alles was unter 30 ist... Wird von etablierten Parteien... Äh... Parteien wegignoriert... Wir existieren nicht... Deswegen gibt es für uns keine Ziele... Keine Wahlwerbung... Gut... Die Frage noch von Rufus... Und dann ist das auch leider schon wieder vorbei... Ja... Frage... Und zwar... Es gibt doch... Bestimmt mehr Parteien... Als... 20... Ja... Ja... Alleine hier in Hamburg... Der auf dem Wahlzettel war... So... Das heißt... Wenn jede Partei... Sagen wir... Es gibt... 25 Parteien... Wenn jede Partei... Gleich viele... Stimmen hat... Dann hat jede Partei 4%... Ja... Das bedeutet... Keine würde in den Bundestag kommen... Aber wenn es immer wieder passiert... Was machen wir dann? Ähm... Du... Das läuft dann so ab wie in Israel... Weißt du... Wo die einfach jedes Jahr... Halbe Jahr einfach nochmal neu wählen... Irgendwann finden sie schon was... Ne... In Italien war das doch auch so... In irgendeinem Land war das so... Weil die jetzt... Jedes halbe Jahr gewählt worden ist... Berlin wurde auch... Dreimal gewählt... Ja... Weil sie so... Wegen Fehlern... Ähm... Ne... Aber es gäbe halt noch die Möglichkeit... Dass das Ganze halt umgesetzt wird... Dass du halt... Ähm... Was halt beispielsweise für die FDP... Gut wäre... Nicht die FTT... Sondern die FDP... Ne... FPD heißt ja... FDP... Die Lindner Partei... Die Lindner Partei... Weil die Kackzeit gerade so... Auf unter 5% fällt... Ähm... Am Ende ist ja... Für Deutschland sinnvoll... Eine Minderheitsregierung... Aus sehr sehr vielen Parteien... Am besten nicht etablierten Parteien... Sondern... Neuen Parteien... Die Partei... Die Partei... Äh... Humanisten... Oder auch... Keine Ahnung... Die Violetten... Ich weiß nicht... Oder die... Die Humus Maximus Partei... Ja... Die wählen wir... Die HSP... Die HSP... Was ist die HSP? Na die Horst Schlemmer Partei... Oder die Piraten... Die Piraten... Die Piraten... Genau... Die Piraten sind auch tot mittlerweile... Trotzdem... In Hamburg... Konntest du das letzte Mal... Auch noch wählen... Ja... Aber wir brauchen halt wirklich... Am Ende eine Regierung... Die aus vielen vielen... Kleinparteien gilt... Damit... Am besten auch eine Minderheitsregierung... Weil dann müssen die... Wirklich... Äh... Im Bundestag... Dann... Diskutieren... Die brauchen ja für jeden Scheiß... Eine ordentliche Mehrheit... Mhm... Ja... Und das dauert doch viel zu lange... Wir wollen aber was umgesetzt bekommen... Aus dem Wahlprogramm... Und nicht wie der Olaf Scholz... Der die ganze Zeit nur twittert... Für seine Impressionen... Ja... Aber guck mal genau... Das ist es ja... Es dauert dann... Weil sie müssen diskutieren... Das heißt... Wenn jetzt... Aber das ist doch nicht geil... Die Leute wollen jetzt endlich mal... Äh... Wollen jetzt endlich mal... Wollen jetzt endlich mal Tatsachen sehen... Und nicht irgendwelche Diskussionen... Das... Das ist aber... Das ist aber Realität... Aktuell... Haben wir diese Tatsachen... Haben wir diese Tatsachen... Die wir haben... Weil durch eine Mehrheits... Äh... Wenn du dir mal anschaust... Was die alle scheiße labern... Dann erträgst du die alle nicht... Und dass man sich vorher auch nicht weggeballert hat... So... Jetzt ist leider die Zeit rum... Es tut mir leid... Es ist vorbei... Mit ganz vielen Parteien... Für Diskussionen... Für alles... Letztes Schlusswort... Sorry... Okay... Mal sehen... Was in Sachsen und Thüringen passiert... Bei der nächsten Wahl... Das wird interessant... Genau... Habt ihr das Video gesehen... Was ich euch reingeschickt habe? Ehrlich gesagt... Dachte ich... Darauf gehen wir hinaus... Aber das ist jetzt auch vorbei... Genau darauf dachte ich... Gehen wir hinaus... Aber das ist Zeit... Die Zeit... Meine Freunde... Die Zeit... Das ist ja egal... Wir können immer ganz was... Wir haben es... Bisshalb... Wir diskutieren über das Video... Es wurde zwar nachvertont... Aber ich würde es dazutrauen... Echt? Ja... Also sie hat das... Man kennt das... Ihr Zutrauen... Es wurde wirklich... Es ist wirklich... Wiederum eine Satire... Wo man ein Interview geführt hat... Mit Rekala Lange... Wo sie sich... Dazu äußern sollte... Zur Situation im Nahen Osten... Für... Also Richtung Israel Hammers... Etc... Und redet über die Wahlergebnisse... Im Nahen Ost-Wölchland... Tja... Hat sie gesagt... Mit guter grüner Politik... Kann man da weiter... Da sterben Menschen... Tja... Das ist ja... Die Wahlergebnisse... Sind ja alle nur so... Frau Lange... Wir reden über den Nahen Osten... Ja ich sag doch... Ost-Deutschland... Es ist doch egal... Ob Nahe Osten... Oder Nahe West-Deutschland... Oder Süddeutschland... Hat sie das nicht geschaut? Nein... Irgendwie sowas... Und dann habt ihr tatsächlich... Nicht gesehen... Warum auch immer nicht... Sollte ich dann nochmal nachholen... Das ist... Habt ihr meinen... Habt ihr meinen YouTube-Short gesehen... Was ich reingeschickt hab... Von Splashbruder... Du hast uns YouTube-Short reingeschickt? Ja... Das ist schon länger her... Ihr habt gar nichts dazu gesagt... Einfach... Ihr habt zu meinem auch nichts gesagt... Wahrscheinlich... Weil ich es dann nicht gesehen habe... Aber das macht nichts... Ähm... Also ich hab meins reingeschickt... Ähm... Ist auch schon... Das ist auch... Wir schreiben in der Gruppe... In letzter Zeit viel zu viel... Ich weiß noch... Wunderbar... Da haben wir so einmal die Woche... Was reingeschickt mit den Themen... Ich kann auch rausgehen... So ist es nicht... Nein... Ich hab am... Am Mittwoch... Hab ich das reingeschickt... Mittwoch um 17.45... Äh... Mit dem... Frau Lang... Äh... Sagen Sie mal bitte was zum Nahen Osten... Ja... Wahlergebnisse... Et cetera... Ja, ja... Mal... Ich hab's jetzt reingeschickt nochmal... Was ich meinte... Äh... Ja... Ähm... Nichts hab ich wirklich nicht gesehen... Ich auch nicht... Oh... Was? Das musstet ihr mal reinziehen... Ja... Können wir nächste Woche sprechen... Wir haben ja noch so viele offene Themen... Ähm... Wollen wir noch die letzten zwei Themen machen... Die wir regulär haben damit... Ich weiß nicht... Die Zeit sagt eigentlich nein... Was? Die sind ja noch zwei reguläre Themen... Die anderen haben wir schon... Was war die Woche... Und äh... NFL... Ja... NFL dauert in der Regel 20 Minuten... War... Was war die Woche... Wird wahrscheinlich auch noch lange dauern... Ich weiß nicht... Also ich kann nur mal sagen... Wochenmäßig war bei mir nix los... Wie weit... Ihr war wochenmäßig nichts los... Doch... Wir hatten eine Wohnungsbesichtigung... Ende... Wir hatten eine Wohnungsbesichtigung... Erzähl... Ne... Na... Ich... Naja... Das war ja erst Mittwoch... Und ich hab ja extra reingeschrieben... Äh... I have... Äh... I have news... Und hat auch keiner reagiert... Also wir müssen wirklich mal offen... An unsere Reaktionsfähigkeit da arbeiten... Ähm... Lief besser... Lief sehr viel besser... Ähm... Kostet mich... Sagenumwogene... 2000 Euro weniger... Als mit den anderen... Er meinte... Ja das... Bei uns... Also da hat er halt den Künstler gefragt... Wie viel kostet das ungefähr... Weil die... Nette Beraterin konnte mir halt nicht sagen... Die sagte... Ja... Ist das immer noch im vierstelligen... Äh... Ist das immer im vierstelligen Bereich... Ne... 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 Das haben wir noch lange nicht... Äh... Soll mal einschreiben... Wie er so sieht... Also ja... So 350 bis 400 maximal... Er schaut, dass er das Beste daraus machen kann... Er findet das Motiv super... Ähm... Was lacht Marie grad wieder? Das war ich... Ja erzähl... Was gibt's zu lachen? Weil irgendwas reingeschrieben hat... Was Marie wahrscheinlich... Weil ich mich tätowieren lassen möchte... Ne... Wovor es sagt? Er hat nur noch den Schotter mal reingezogen... Achso... Ja ja komm... So siehst du aus... Ich guck das nach bei dir... Und guck was Marie eingeschrieben hat... Das letzte Mal... Ich hab mich hochgebracht... Ähm... Müsst du mir schon mal das Gefängnis ausrufen... In welches ich reingehe... Ne... Das steht nicht im... Nicht im Chat bei mir... Lösch das! Hehehe... Sofort weg! 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 Ähm... Du hast am Wochenende mal NFL geschaut... So ein bisschen... Jawoll... Wieso ein bisschen? Du hast doch... Ich hab ein Spiel geschaut... Hast du nicht noch auf das Nachmittagsspiel geguckt? Nee... Was war das nachmittagsspiel? Na die Ravens gegen die Colts... Ne... Gegen die Titans... Sorry... Hatte ich nur mitbekommen wie es steht... So... Ich hab das am Namen darauf geguckt... In London das Spiel... Ja... Das war das letzte... Das hatte ich nicht geschaut... Achso... Da hast du noch zu gucken... Weiß nicht was ich da gemacht habe... Aber abends hast du dir die... Abends hast du dir das Bangles Spiel geguckt auf RTL... Wirst du denn diese Woche das RTL Spiel gucken? Ich weiß es nicht... Ich hab zwar am Wochenende dann Urlaub... Aber ich will für die nächsten Wochen... Ein bisschen was aufnehmen... Wenn machbar... Weil ich ähm... Grad sehr sehr viele Spiele spielen möchte... Und einfach mal wieder ein bisschen was auf YouTube bringen möchte... Ja... Vielleicht wahrscheinlich auch... Ein bisschen öfter streamen dann... Und dann kann ich auch nicht so oft... Weil ich hab mir dann... Nächste Woche noch einen Plan... Den muss ich nochmal... Also ich hab auf jeden Fall was für meinen Urlaub geplant... Ähm... Auf jeden Fall... Ich weiß nämlich ob ich nächste Woche Dienstag... Das schaffe ich... Ich geh stark davon aus... Nächste Woche Dienstag haben wir gesagt... Ist nicht... Stimmt... Nicht? Nein... Weil nächste Woche Dienstag kommt City Skylands 2 raus... Ähm... Machen wir das dann Mittwoch... Mittwoch oder Montag... Ihr könnt euch aussuchen... Oder gar nicht... Wenn dann Mittwoch... Ja... Ich weiß nicht... Wenn man rauszieht... Mittwoch... Okay... Dann nochmal Mittwoch... Das ist gut... Weil dann muss ich mich Dienstag nicht beeilen... Hm... Das ist dann aber... Nächste Woche Mittwoch... Mittwoch... Ähm... Ansonsten... Habe ich nicht zu viel... Hm... Wie gesagt... Die... Die... Ah gut... Der kommeriert mir eh noch keine Mittwoch... Ähm... Du musst ja nicht sagen... Was in der Woche sein wird... Sondern was war die Woche... Ja... Was wird die Woche ist ein anderes Thema... Ja... Schaffst heute auch nicht in die Show... Nee... Ähm... Ansonsten war wirklich nicht so... Ich hab mich wieder von vielen... Also ich hab ein paar spontanen Köpfe nicht getätigt... Wie in der Switch... Und... Ach doch... Ich hab zum ersten Mal VR gespielt... Okay... Hast du eine neue Brille... Sage... Nein... Das ist keine VR-Brille... Achso... Und da haben wir in der Mittagspause VR gespielt... Okay... Und sie geht einfach wortlos wieder raus... Ja... Dieses klassische... Die Tür geht auf... Man guckt rein und denkt so... Deine Kamera ist so ein Schaf... Was? Oh nein... Warte... Das haben wir gleich wieder... Das sollten wir gleich haben... Das sollten wir gleich haben... Da haben wir Standbild... Und da ist er weg... Jetzt... Und da ist er wieder da... Gut... Ähm... Wie war's im Urlaub? Ach... Nicht so berauschend... Kann man so sagen... Aber manchmal ist das so... Weißt du... Da vermisst du so ein bisschen den Alltag... Und... Da freust du dich... Dass der Alltag wieder da ist... Ich bin ja tatsächlich eher so ein Arbeitstier... Es ist wie es ist... Weißt du... Urlaub und ich... Wir sind einfach... Wir können einfach nicht... Weißt du... Und ich mal... Man merkt das auch hier... Über mich mal... Ich hab einmal über eine Woche gefehlt... Die Leute sind doch bestimmt panisch gewesen... So von wegen... Yvonne ist nicht da... Warum? Wieso? Das hab ich doch alleine... Das hab ich doch alleine an Flui Reaktion gemerkt... Der ist doch von Anfang an ausgegangen... Dass ich auch da bin... Ja... Das stimmt... Also... Also alleine schon daran hat man das gemerkt... Ne... Ähm... Unter anderem hab ich tatsächlich das aus meinem Urlaub... Wenn man das Urlaub nennen darf... Ähm... Du warst bei den Milano Seaman beim Tryout... Du wirst neuer... Du wirst neuer Coach bei den Seaman... Ich seh's... Erster Kommentator... Nee... Ich würde ihn immer eher so als Kommentator sehen... Ja... Immer ein italienischer Kommentator... Genau... Sie! Nee... Tatsächlich... Das... Das... Das Ding passt unglaublich gut zu den Seaman... Ich sag's dir wie es ist... Ja... Das... Das ist fast das Logo einfach... Tatsächlich hab ich das gesehen... Ich weiß nicht... Und gedacht so von mir... Du hast direkt an deine Milanos gedacht... Absolut... Ja... Nee... Ich hab gedacht so von mir... Das passt perfekt hier eigentlich zu meine Deko... Ne... 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 Avocado... Und... Äh... Da hast du uns ja gleich Bescheid gegeben... Genau... Diese Hochzeit gefühlt war das nicht wirklich eine Hochzeit... Sondern eher so ein Festival... Ich weiß nicht warum... Wir hatten jetzt ganz DJ vorne... Und irgendwie... Ähm... War... War das... Ganz okay... Aber irgendwie mehr so... Du konntest halt auf der einen Ecke Musik hören... Von dem DJ... Auf der anderen Seite konntest du so... Ja... Handy Musik hören... Man kennt es ja... Und äh... Tatsächlich war das so... Dass wir am Anfang... Beim Einlass... Bänder bekommen haben... So... Und auf den Bändern... War drauf... Was du essen und trinken darfst... Beziehungsweise... Ob du... Ob du zur Braut oder zu Bräutigam dazu gehörst... So... Meins war orange... Dementsprechend... Ich zählte zur Braut dazu... Ähm... Ja... Durfte ich dementsprechend an dem Wagen... Wo es dann für orange Leute gab... Ähm... Konnte ich mir dann Sachen holen... Wie zum Beispiel... Ich konnte mir Burger holen... Oder Pommes holen... Oder Currywurst holen... Ähm... Ja... Also... Wie gesagt... Es war eher festivalmäßig... So Hochzeit... So Hochzeitstorte oder sonst was... Gab es nicht... Weißt du... Es gab diesen Festivalwagen... Ja... Jetzt war groß die Frage... Was gab es denn auf der Brautseite zu essen? Weißt du das? Wie gesagt... Ich war ja auf der Brautseite... Auf dem Bräutigamseite... Ich hab keine Ahnung... Was die hatten... Wir hatten zumindest ein Imbiss... Aber das war... Ich hab ja extra... Du hast ja hingeschrieben... Ich bin mal auf dem Streethood Festival... Wo ich gesagt hab... Wo ist das? Ich komm hin... Ja... 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 Die waren tatsächlich... Die waren nur bis 22 Uhr da... Warum auch immer... Danach war Ende Gelände... Also... Ja... Genau... Ja... Nee... Die waren tatsächlich nur bis 22 Uhr da... Dann sind sie abgehauen... Musik ist dann lauter gewesen... Wo du dachtest... So von wegen... Du bist... Bist du irgendwie auf einer Dorfparty... Oder bist du ja auf einer Hochzeit... Sonst hat sich eher nach Dorfparty... Gewanken gefühlt... Anstatt auf Hochzeit... Äh... Das war schon... Das war schon... Ein ganz merkwürdiges Erlebnis... Alleine... Meine Wenigkeit war auch auf der Tanzfläche... Meine lieben Freunde... Ja tatsächlich... Der immerhin hat versucht zu tanzen... Ähm... Ja genau... Also... Ein Joachim Lambi hätte mir dafür... Minus 4 Punkte gegeben... So schlecht war das... Also... Das war eine Katastrophe... Ähm... Aber hey... Weißt du... Ich hab mich getraut... Sagen wir es so rum... Ich hab mich getraut... So... Und natürlich gibt es da immer wieder Challenges... Ach stimmt... Du hast ja auch geschrieben... Ah ja... Ich erinnere mich... Es gibt immer wieder Challenges... So von wegen... Ähm... Such mal jemanden... Der... Ähm... Was Grünes trägt... Und mach mit ihm zusammen ein Foto... Oder... Oder... Such jemanden... Der gerade an seinem Smartphone sitzt... Oder... Ähm... Beispielsweise... Mach ein Foto mit dem... Größten... Ähm... Menschen der auf der Party ist... Oder mit dem kleinsten Menschen auf der Party... Oder... Oder... So... Und jetzt kommt die große Masterfrage an euch... Es gab eine Geschichte... Wo man mich ausgesucht hat... Die große Frage ist... Welche? Ich dachte ja... Du meinst es ja am Anfang... Äh... Der Mann mit den längsten Haaren... Ne... 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 Der gibt es längere... Du meinst es ja am Anfang... Der... 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 Ähm... Ähm... Der... Wo du diesen... Wo... Einfacher Braut... Oder Bräut... Komm... Äh... Sich... Blind... Vor so einem Haufen entsprechenden... Anders gesteckt... Und du musst halt... Bei Beinberührungen... Etc... Erkennen... Deins aus? Ja. Das wäre auch geil gewesen, aber nein. Mach ein Foto mit jemandem, der Social Media wichtig war. Irgendwas mit Social Media, würde ich sagen. Nein. Nur sag an, ich habe meine Tenote-Deutscheils. Ganz ehrlich, jetzt war in Niedersachsen die Hochzeit. Kein Deutschland. Ich weiß nicht, du musst mir irgendwo... Niedersachsen hört sich so nach Bayern an, aber das ist immer tragisch. Ja, Niedersachsen liegt neben Hamburg. Unten. Ah gut, also es ist schon mal nicht Norddeutsch. Nein. Niedersachsen umgibt eigentlich im Endeffekt Bremen. Also Bremen ist in Niedersachsen. Also sowas in der Tat. Als kleinen Tipp, ich habe das heute hier schon in der Show gedroppt. Nimm jemanden, wer war einer Firma ist, die einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Nein. Wer etwas Auffälliges trägt? Auch nicht. Rufus wäre der letzte Chance, ob du jetzt noch mal was haben möchtest. Ne, sag es an. Rufus, muss es einmal raten, komm. Ich habe noch angeraten. Okay. Möchte der Lord noch mal, oder? Ich würde doch so viele Sachen machen. Das Problem ist, das hast du heute gedroppt, der im Urlaub war? Innerhalb dieser Show, ne? Nicht jetzt in den letzten 20 Minuten. Deswegen, ja. Mal gucken, was hatten wir. Ich gebe dir noch 40 Sekunden. Okay, wir hatten was mit zweiten Chancen. Du wolltest irgendwo eine zweite Chance haben. Der Gamer ist. Nein. Der unnötige Käufe macht. Nein. Ah, jetzt an. Der Lord will doch raten. Der Fußballfan ist und ein Stadion fahren wurde? Nein, da haben wir ganz viele, die alle Werder Bremen-Fan sind. Wir hatten so viel in der Show. Das ist so schlimm. Das ist schlimm, ne? Komm, sag mal. Ich will es. Es war so, dass es gibt ja Team Braut und Team Bräutigam. Und man sollte von jedem Sternzeichen eine Person finden. Und ich war der einzige Stier im Team Braut. Wow. Okay. Ein Stier und ein paar anderen Sternzeichen. Ja, genau. War einen von Waage, einen von Jungfrau, einen von... Ja, und ich war der Stier im Team der Braut. Nicht schlecht. Ja. Hatten sie alle mit ihr ein Foto gemacht? Ja. Da dachte ich so, boah. Aber leider wegen rechtlichen Gründen kann ich die hier nicht zeigen. Sonst hätte ich sie sehr gerne gezeigt, die ganzen Fotos. Aber... Geht nicht. Weil er dann auch so 300 Fotos ja dann so machen würde. Ja, Alter. Haben wir das gemacht. Dann haben wir das gemacht. Und dann waren wir bei den Fischen. Und was? Waren wir bei den Fischen? Ja. Ich war tatsächlich auch im Steel Life. während meiner Abwesenheit. Ja, kann ich theoretisch auch ganz viele Fotos zeigen. Praktisch gesehen hat... Es sprengt das auch leider die Zeit. Ich bekomme gerade einen Anruf. Und du bekommst einen Anruf? Von wem das denn? Komm. Von meiner Mutter. Ich weiß nicht, was die will. Die hat bestimmt wieder irgendein technisches Problem. Du brauchst sofort Hilfe. Nein! Möchtest du sie hier live in der Show machen? Hallo Mama! Soll ich? Let's go! Oh, scheiß drauf. Ich frage nur kurz, was es ist. Ja. Gute nachher nochmal zurück. Ja. Ja. Mach das. Schnell. Der Anruf bei Lords Mama ist heute die Folge. Nee, wir haben schon Namen. Schade. Ja. Weil ich gerade live bin und einen Podcast aufnehme. Weil ich gerade live bin, darum gehe ich nicht ans Telefon. Was gibt's? Ja. Und? Laut machen, laut machen, laut machen, laut machen, das freut mich. Lautsprecher. Du hättest mir auch einfach ganz kurz schreiben können, das hat sich erledigt, das hast du ja bei dem anderen Ding auch gemacht. Und das war das Telefonat, link in der. Das hätte halt auch eine Nachricht sein können, bin ich ehrlich. Ja, eigentlich schon, aber das kommt einem Jahresrückblick vor, glaub mir mal. Ja, das glaub ich auch, weil ich meine, normalerweise ruft sie, wenn irgendwas, das ist auch das Geile ist, wenn irgendwas Gutes ist, kommt meistens so eine schriftliche Nachricht, so, hat sich erledigt, etc. Wenn irgendwas Schlechtes ist, kommt der Anruf übers Festnetz, wenn sie sofort den technischen Support benötigt, weil sie wieder ungewöhnlich war, was öfter mal passiert, oder irgendwas da einem nicht geht, kommt der Anruf aufs Handy, dachte ich, okay, schon im Koffer durchgegangen, na, wir hätten die Möglichkeit, Fernseher geht nicht, Rucker geht nicht, Laptop geht nicht, Handy macht Probleme, ich soll wieder irgendwas aus der Ferne machen, was ich nicht aus der Ferne machen kann, weil ich keinen Zugriff drauf habe, beispielsweise auf dem Fernseher, dass er sich wieder abgemeldet hat, etc. Das hätte ich jetzt so erwartet. Nö, ja, hat sich erledigt, die haben einen Post bekommen, die haben es endlich geschafft zu retournieren. Super. Siehste? Musst du nicht mal bei Klarna anrufen und schon falle ich drüber zusammen. Ja. Rufus ein Blick sagt eigentlich alles. Genau. Wir gehen ins nächste Thema. Ähm. Ja, das war das Wichtigste, aus was war die Woche. Jo. Nächste Woche mehr. Ja. Nächste Woche mehr. Am Mittwoch. Dann Rufus freut sich aufs letzte Thema. Wo? Let's go. Geh ich auch direkt mal in Vollbildmodus hier. Hab euch hier unten drin. So Freundschens, Woche 6 ist vorbei. So sieht's aus im Schneckenhaus. Wir hatten das Donnerstag Nachtspiel auf Freitag. Die Chiefs gewinnen gegen die Broncos. Haben wir ja alle so getippt, denke ich mal. Sollen wir mal gucken? Wir gucken mal. Die Antwort lautet, nein. Ganz nach links. So. Ganz nach links. Ganz nach links. Ja. Ja. Also tatsächlich außer der Lord in seinem alten Tipp. Ähm. Ja. Aber das war gut. Okay, meine Sims haben wieder abgeräumt. Genauso wie meine Season-Tipps. Okay. Die Season-Tipps sind richtig gut geworden. Ja. Aber so schnell kann's gehen, ne? Aber gut. Ähm. Hat schon 2,33 Speedtaxi. Ist krass. Ja. Ansonsten. Was gab's für Überraschungsergebnisse? Wollen wir mal lieber auf die eingehen. Anstatt jetzt so direkt die Texans gewinnen gegen die Saints. Meiner Meinung nach überraschend bisschen. Die Texans sind stärker als man das dachte. Also mit ihrem Rookie auf der wichtigsten Position. Also mit ihrem neuen Spieler frisch aus dem College. So gut zu sein. Das verspricht viel für die nächsten Jahre. Stehen 3 und 3. Ist eigentlich nicht schlecht. Ich hab die Tabellen nochmal in die Worte gescheckt. Falls du nebenbei nochmal gucken wollt. Ähm. Genau. Die 49ers verlieren bei den Browns. Das war 2 Punkte. Das war 2 Punkte. Die 49ers haben ein Fieldgoal verschossen am Ende. Und hätten zu 20 zu 19 gewonnen. Wir hätten auch so gewonnen, hätten die, äh. 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 bisschen stolz dass ich tatsächlich von uns dreien obwohl ich nicht mal da war noch die besten tipps abgegeben hat ja also geht schon berge auf bett ja haben wir zu den nächsten tipps nämlich woche numero sieben ist es schon ja also wir gehen schnurstracks auf die nächsten ja auf die nächsten schuhe auf die auf die auf die playoffs geht es zu aber es dauert noch ein bisschen aber trotzdem sind jetzt schon woche sieben es geht relativ fix das heißt die elf beginnt bald wieder nein und passen genau wir beginnen mit dem donnerstag nachtspiel auf freitag jaguars bei den saints ist jetzt nicht gerade so ein deutsch wie man das vielleicht denkt aber die saints haben jetzt hat gegen die texans verloren ja immerhin du fängst an du bist ja ich bin von ok ich tipp auf die jaguars ich nehme auch die jaguars ok schade jetzt hoffe ich mal dass ich ein bisschen glück habe ich glaube und du wirst auf vorsprung jetzt trotzdem wie gesagt ich habe ja ich gucke mir die sachen ja eigentlich ich gucke mir die spiele nicht an ich gucke mir so statistiken an denkst du oh das passt das passt nicht machst du das tippst du das weißt du ja die ravens zu hause gegen die lions und das wird das wird ein top match denn die ravens stehen vier und zwei und die detroit lions stehen fünf und eins das sind zwei kandidaten die in die playoffs kommen könnten das ist ein top spiel ja der immer und sagt ravens ich überlege gerade so an rufus seinem gesichtsausdruck herauszufinden auf was er tippen möchte ja versuch es mal rufus hat gelächelt deswegen tippt rufus wahrscheinlich auf die lions weil die lions gerade stattdessen gesehen besser ausstehen ich tippe auch mitten immer auf die ravens weil ich richtig gut zu vögeln ich gehe auf die ravens die bears zu hause gegen die raiders der shitball dieser woche geht an dieses match zwei und vier tatsächlich stehen die raiders 3 und 3 krass und die sind bei den chicago bears zu gast die jetzt ein halben niederlage gegen die wikings hatten die ohne ihren top spieler gespielt haben ich hab las vegas wie war las vegas radars die browns bei den colts liebe freunde das wird interessant die colts den 3 und 3 haben chancen genauso wie die browns die 3 und 2 stehen also die sind so auf der kippe bis jetzt aber wie gesagt das kann sich ja alles noch ändern aber das sind dann diese wichtigen spiele gegen direkte konkurrenten um die top 7 also man ist die top 7 konferenz erreichen und cleveland könnte ja auch noch einen gruppen sieg spielen weil die ravens sind ja auch nur ein sieg entfernt weil bei den in der app ist genau so ein sieg hinter platz 1 ich habe trotzdem braun in der hoffnung dass diesmal die rafs ein bisschen fairer sind tippe ich auf die kurz ja auch die browns dann haben wir die bils bei den patriots gibt es wenig zu sagen die new england patriots sind dieses jahr ja also richtig bad und die bils die sind mal so mal so also das ist krass wie oft die ihr blatt wenden können gut und schlecht vorne steht gut hinten steht schlecht und das wendet sich irgendwie von woche zu woche ja aber trotzdem wir haben wir haben immer noch unserem lord dabei und deswegen sage ich trotzdem immer noch bild ich zitiere rufus gegen die pets kann nichts schief gehen in dem sinne bild ja bis gewinnen giants gegen commandos gruppen duell giants sind auch super bad gestartet 1 und 5 washington auch noch ja mit möglichkeiten 3 und 3 sind in derselben gruppe das ist also immer so ein prestigeduell meistens gruppen duelle sind wichtig weil es davon sechs stück gibt und davon kannst du wenn du da sechs siege holst hast du ein sehr gutes fundament aber wie gesagt washington commandos commandos guck mal rufus ist jetzt so hat er hat mittlerweile so viel dass er komplett runterfliegt deswegen tippt jetzt immer auf das was der im hintermitte aufbauen kann ja gut aber das bringt ihm ja nichts hat er ja aber er hat doch extra mal analysiert so von wegen ja aber wenn ich dann immer nur das gleiche tippe komme ich ja auch nicht ran das geilste ist aber immer noch der entspruch dazu ja ich muss doch auch was ja aber auch nur auf die 50 50 spiele nicht auf die die klar entschieden sind dann haben wir die buggeneers zu hause gegen die falcons 3 und 2 stehen die buggeneers und die etlander felgen stehen 3 und 3 in derselben gruppe wieder erster ging zweiter in der gruppe wer ist erster wer ist zweiter achso falcon ist buggeneers den erster mit 3 und 2 die felgens am 3 und 3 sind zweiter dann nehmen wir einfach mal tamper bay bin eigentlich ein buggs felgen so ein bisschen aber ich sag trotzdem die felgens ich sag tamper bay so die rams zu hause gegen die steelers die rams stehen 3 und 3 und auch die steelers stehen 3 und 2 es ist echt das sind solche duelle muss ich dann wo man dann am ende der saison hinterher traut warum man das nicht gewonnen hat das sind diese 50 50 spiele das sind die 50 50 spiele die du ja gesagt hast siehst du jetzt kannst du gegen den imon tippen der imon hat edemene muh gemacht und hat auf sich auf los angeles entschieden ich denke aber nicht aus innen muh sondern aus auf die rams ich gehe auf die rams heim vorteilen wo ist das auch die gleichen team super idee die rams zu hause gegen die karl ja 3 und 2 sind die seahawks zum zweiter hinter den 49ers in der gruppe und die cardin ist in letzteren der gruppe mit einem sieg ja dann ist ja wohl klar was er imon tippt oder cardin ist okay ich muss sagen die seahawks auch wenn sie als abgrundtief zu blöd sind wenn man ihn direkt vor der scheiß also vor der endzone den ball gibt das ding in der endzone zu bringen also sage ich trotzdem gegen die cardin ist schaffen sie schon irgendwie ja ich sag auch die cardin sind so bad dieses jahr kannst kannst du nur gewinnen außer wenn du dallas cowboys bist also haben wir jetzt wieder alle drei seahawks ja schade die pack aus bei den broncos 2 und 3 stehen die pack aus und die broncos stehen naja 1 und 5 1 und 5 ja ja mein problem ist bloß dass das ja wir dass ich ja mal jemanden im chat hatte der so gesagt hat so pro broncos genau deswegen hätte ich jetzt auf die broncos getippt ok dann gehe ich auf die ich denke eigentlich auch broncos ja dann nimm broncos ich tippe auf die broncos scheiß drauf weg aus dann die chiefs zu hause gegen die chargers die jetzt eine herbe niederlage einstecken mussten das ist wieder ein gruppenduell und chargers sind richtig schlecht in die saison gestartet haben eigentlich viel ambitionen gehabt die stehen zwei und drei und die chiefs mittlerweile 5 und 1 und sieger in folge auch mit hilfe der refs ja aber was dasteht sind fünf sieger ja und deswegen tippe ich auf sie kansas city ich mag sie nicht aber kipps auf sie chiefs save points chiefs dann haben wir wieder ein top duell die 5 und 1 miami dolphins gegen die 5 und 1 philadelphia eagles in philadelphia die eagles haben aber letzte woche richtig schlecht gespielt gegen die jets also ja dreimal den ball abfangen lassen und selber offensiv kaum auf die reihe gekriegt in der zweiten halbzeit stand zur halbzeit noch 14 zu ich glaube 14 zu 10 oder so für die eagles und haben am ende 20 zu 14 verloren also ja zweite halbzeit ging gar nichts mehr offensiv die dolphins sind richtig krass was die was die passoffensive angeht wohingegen die eagles in der passdefensive schlecht sind das können die achilles ferse sein in diesem spiel aber es ist ein krass schweres spiel ja aber du weißt ja du weißt aber wie ich hier tippe und sympathisanten und alles mögliche du bist igels fan du kannst vorstellen deswegen tippe ich auf die eagles gut dann kann ich den punkt aufholen weil ich tippe auf die dolphins und ich tue mich echt schwer weil ich bin zwar fan aber auch du tippst mal gegen die weg auch an diesem spieltag der jetzt noch kommt also aber ich sehe die passdefensive der eagles ist das wird richtig schlimm wenn die im pass durchdrehen die dolphins die buffalo bills haben es hingekriegt als einziges team die dolphins im pass zu verteidigen und dadurch gewonnen bisher als kein anderes team geschafft und die eagles haben bisher nicht gut ausgesehener passverteidigung tatsächlich gehe ich auf die dolphins ok bin ich der einzige der auf eagles geht aber macht ja nichts letztes spiel die vikings zu hause gegen die 49ers immer noch verletzt der top spieler der vikings der kommt erst frühestens in woche 10 wieder wir sind woche sieben und die 49ers haben auch zwei verletzte im letzten spiel gegen die browns bekommen und dadurch hat sich das plant ein bisschen gewendet wie es nur aussieht vom verletzten status werden wir dann spätestens am freitag wissen ob die ready to play sind und das sind zwei sehr gute passfänger so da vorhin ja schon analysiert worden ist dass die 49ers ins finale kommen tippe ich einfach mal dass die 49ers gewinnen und so ich gehe auf upset vikings win zu hause wie gesagt ich habe ja vor zwei wochen gesagt dass die vikings dieses eine spiel verlieren werden gegen die chiefs und danach eine siegserie starten und dann muss ich jetzt mit auf die vikings gehen aber diese und nicht zwei zwei bei news in folge haben das kann ich jetzt schon sagen hätten sie letzte woche gewonnen hätte ich das bei dir gesehen dass jetzt gegen die vor die da ist also das gegen die vikings verlieren aber dadurch dass sie gegen die brons verloren haben wird das ja das ist immer gegen die es sind halt zwei auswärts spiel in folge plus dass jetzt ein paar verletzte mit dazu kommen sind gut sie haben ein bisschen länger ausgelöst weil es ein montag nacht spiel ist aber als die zwei verletzten dabei den 49ers raus waren aus dem spiel da hat man nicht mehr viel gesehen von dieser power die sie hatten und das ist auch einer auf der running back der jedes wochen mindestens einen touchdown erlaufen hat ist verletzt raus gewesen und das war schon krass und wenn der fehlt dann haben die vikings wenn die nicht so dumme fehler machen wie jede woche zurzeit haben die eine chance wenn da die verletzten nicht zurückkommen sollten ich gehe auf die vikings ich hoffe einfach dann hat man eine realistische chance mit den restlichen spielplan den die haben das ist sogar realistisch dass die nach 15 wochen bei 80 niederlagen stehen oder das ist schon macht so im saison stand naja okay dann haben wir uns heute würde ich fast schon sagen irgendwelche wünsche äußerung nächste woche dann mittwoch genau genau auch die tipps damit war tatsächlich nächste woche ist dann das oder übernächste woche moment ich habe in woche 9 ist dann das erste also im über übernächste woche ist dann das erste deutschland spiel dieses jahr in frankfurt ja schiefs gegen dolphins das wird auch heftig mal gucken wie es diese woche ausgeht die simulation geben an der tabellenspitze vielleicht auch nicht aber liebe freunde da draußen wir sehen uns dementsprechend dann nächste woche nicht am dienstag sondern am mittwoch auf youtube sehe immer sonntag um 16 uhr also macht euch nichts raus es ist alles wie immer wir sehen uns danke fürs dabei sein und bis nächste woche tschüss tschau tschau